Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Da findet Berger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kiklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Spiel aus. Und der Wolfgang Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Du klingst wundervoll, Sebastian. Danke schön. Die Leitung wurde stabilisiert. Ich freue mich auf eine neue STR-Ausgabe in der Derby-Woche. Sebastian, ist das Fieber bei dir schon ausgebrochen? Na, das Fieber ist noch nicht ausgebrochen. Aber so ein leichtes Kribbeln stellt sich schon ein. Ich finde das irgendwie eine ganz seltsame Stimmung. Durch die Länderspielpause auch. Und dann noch Thema Präsidentschaftswahl. Und jetzt noch Derby. Das ist irgendwie alles ein bisschen seltsam noch. Aber ich finde, mit jedem Tag, den es näher an den Sonntag rangeht, wird es so ein bisschen spannender und das Kribbeln stärker. Und ich denke, ab Donnerstag, Freitag gibt es dann das Derby-Fieber. Ja, also bei mir ist es ähnlich. Also bis letzten Samstag war gar nichts da in Sachen Vorfreude aufs Derby. Hat natürlich auch damit zu tun, dass der VfB die letzten Wochen nicht besonders gut gespielt hat. Und man jetzt nicht unbedingt davon ausgeht, dass man die Karlsruher aus dem Stadion schießt. Aber ja, jetzt mit zunehmendem Interesse meinerseits, also dass ich mich praktisch auf dieses Derby vorbereite, sei es jetzt, wie spielt der KSC oder was ist in der Vergangenheit passiert, steigt auch das Interesse fast stündlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde sagen, Fieber ist noch nicht ausgebrochen. Aber so ein Kribbeln, wie du es auch gerade beschrieben hast, das kann ich auch hier von meiner Seite aus bestätigen. Also da freue ich mich drauf. Darüber werden wir natürlich heute auch ausführlich sprechen. Ein wichtiger Themenpunkt. Aber bevor es damit losgeht, Sebastian, möchten wir erst mal auf ein Spiel blicken, das, glaube ich, am Freitag stattfand. Ein Testspiel, von dem ich nichts wusste. Hast du gewusst, dass der VfB gegen den Zweitplatzierten der 2. Schweizer Liga, nämlich die Grashoppers aus Zürich, testen wird? Nee, ich habe auch erst davon erfahren, als ich das Ergebnis sah. Und als ich das Ergebnis sah, dachte ich, nee, das ist wahrscheinlich eine komplette Fake-Meldung, weil das der VfB vier Stürmertore erzielt und hinten keins kassiert. Danach unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da war ich erst mal skeptisch, ob das Spiel überhaupt stattgefunden hat. Aber tatsächlich haben die wohl am Freitag im Schlinz unter Ausschluss der Öffentlichkeit ordentlich gekickt. Die Frage ist, ob sie es auch veröffentlicht hätten, hätten sie nicht 4 zu 0 gewonnen. Oder ob sie es dann einfach unter den Tisch gekehrt hätten. Ja, also ihr habt es natürlich alle mitbekommen, der VfB hat am Freitag getestet gegen Zürich, mittlerweile nur noch in der 2. Schweizer Liga. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, dabei war das auch mal ein großer Klub in der Schweiz mit Ambitionen in Sachen Europa. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Titel zu gewinnen, aber die waren regelmäßig vertreten. Und ich kann mich daran erinnern, dass es auch einen interessanten Spieler gab mal bei den Zürichern, nämlich Giovane Elber, der von 91 bis 94 dort gespielt hat und dann zum VfB gewechselt ist. Und da habe ich natürlich nachgeschaut, wie viele Tore hat er eigentlich für Zürich damals geschossen. Also hat er sich da besonders in den Vordergrund gespielt. Und das war so, 41 Tore hat er erzielt in 69 Spielen. Und für den VfB hat er auch 41 Tore erzielt. Allerdings brauchte er dafür 87 Spiele. Das lag daran, dass er in seiner ersten Saison beim VfB schon so ein kleiner Chancentod war in der Bundesliga. Also Giovane Elber ist wahrscheinlich mit einer der bekanntesten Ex-Grashopper aus Zürich. Würde ich jetzt mal so sagen. Genau, und mittlerweile ist ja glaube ich der FC Zürich so ein bisschen vorbeigezogen im Stadtranking. Und dort ist ja Trainer Ludovic Manier, den wir ja auch noch in guter Erinnerung haben. Richtig, und den wir auch schon besiegt haben in einem Test. Überhaupt testen wir häufig gegen Schweizer Nachbarn, muss man sagen an der Stelle. Haben wir eine Vorliebe für. Also ich könnte mir vorstellen, der VfB würde in der zweiten Schweizer Liga alles da niederschießen. Ja, also kurz zu den Toren. Silas hat getroffen in der 25. Minute, in der 43. Minute Hamadi Al-Ghadoui und in der 66. und in der 77. Minute Mario Gomez. Also Doppelpack von Mario. Und was natürlich auch auffällt, alle Stürmer, die eingesetzt wurden, haben auch getroffen. Also das ist mal gut, denn in den letzten Wochen gab es ja immer wieder Kritik an unseren Stürmern. Die würden zu selten treffen und auch Mario Gomez würde sich nicht unbedingt in den Vordergrund spielen, wenn er die Möglichkeit dazu bekommt. Was man vielleicht noch einschränkend dazu sagen muss, Mario Gomez hat wohl noch zwei große Chancen ausgelassen. Also er hat nur in der zweiten Halbzeit gespielt und da gab es wohl noch zwei weitere Möglichkeiten, um sogar Vierfacht-Torschütze zu werden. Und dann, muss ich sagen, wäre Tim Walter gar nicht mehr an ihm vorbeigekommen. Also dann hätte er spielen müssen gegen Karlsruhe. Wenn Mario in 45 Minuten viermal trifft, auch wenn es nur gegen Syri ist, dann muss er am darauffolgenden Spieltag spielen. Meine Meinung. Gut, ja, wir brauchen natürlich jetzt nicht lange darüber sprechen, ob so ein Test gegen Zürich irgendeine großartige Aussagekraft hat. Für mich persönlich jetzt nicht so sehr. Und da ich auch nichts Detailliertes über dieses Spiel gehört habe, möchte ich jetzt da auch gar nicht so lange drüber sprechen. Ich denke mal, wir können vielleicht noch ein Zitat von Walter hier kurz unterbringen. Der meinte nämlich nach dem Spiel, wir haben konsequent verteidigt und haben bis zum Schluss versucht, an die Grenzen zu gehen, obwohl wir diese Woche sehr hart trainiert haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Mario hat sich aufgedrängt. Das gilt aber auch für Silas und für Hamadi, die ebenfalls getroffen haben. Das gibt mir die Qual der Wahl. So, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Das würde ich gerne am Sonntag nach dem Spiel gegen KSC genauso hören von ihm. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Also was die Stürmerauswahl aktuell anbetrifft, da tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer. Also ich tendiere natürlich zu Al-Ghadouye, weil das noch der treffsicherste Stürmer von uns aktuell zu sein scheint. Aber da möchte ich gerade nicht Trainer sein. Aber Tim weiter sieht uns. Mir ist ja auf jeden Fall immer schön, dass die Mannschaft wieder ein Erfolgserlebnis hatte, weil ich glaube, du kannst theoretisch auch jetzt gegen die C-Jugend von Leinfeld ein echter Ding spielen lassen können. Die brauchen einfach mal wieder Erfolg und einfach mit einem bisschen positiven Mindset, um auch ins nächste Spiel zu gehen. Und da war das jetzt extrem wichtig, weil es jemand den Gegner so ausgesucht hat, dass man dachte, gegen die werden wir schon gewinnen. Aber das tut, glaube ich, allen Spielern und tatsächlich auch den Fans ein bisschen gut, auch wenn es nur irgendwie so ein geheimes Testspiel ohne Zuschauer war. Aber ja, das gibt einem so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer für die anstehenden Aufgaben. Ja, ähnlich haben wir, glaube ich, nach dem Drei-Ligen-Cup gesprochen, dass das vielleicht einen Knack geben könnte. Da haben wir ja nur ein Spiel unentschieden bestritten und dann im Elfmeterschießen gewonnen und dann das darauffolgende Spiel gegen Groß Asbach verloren. Und dann gab es nochmal einen Test. Da waren sie angeblich auch sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Ja, nee, fällt mir nicht mehr ein. Es war aber auch ein Schweizer, ich glaube, sogar Erstligist. Und ja, gut, wie gesagt, wenn ich überhaupt was mitnehme von diesen Testspielen, dann sind so Aussagen wie, was Walter zu Lee Eggloff gesagt hat, der nämlich seine Chance bekommen hat, muss man sagen. Der U19-Spieler, der erst 17 Jahre alt ist und in der tollen Saison, in der letzten Saison der U19 so richtig auf sich aufmerksam gemacht hat. Über ihn sagte Walter nach dem Spiel, er ist ein Spieler, der die Räume erkennt, die richtigen Entscheidungen trifft und im Zweikampf bereits extrem griffig ist. Also das klingt schon mal danach, dass Eggloff bei Walter zumindest auf dem Schirm ist. Also ich hätte ihn gerne spielen sehen, mal unter Männern, sage ich jetzt mal, und nicht eben unter U19-Bedingungen. Also unter erwachsenen Männern, das hätte ich mal wirklich, wie gesagt, gerne gesehen, wie er sich da so schlägt. Ja, vor allem, weil er ja auch bei der U19, meine ich, letzte Saison erkannt zu haben, hast du ihm schon auch angesehen, dass er halt noch mal ein, zwei Jahre jünger ist als der Rest halt. Und dass er sich dann im Seniorenfußball es dann ja quasi durchsetzen kann. Also das fände ich spannend, ihn da mal zu sehen. Also ob man da wirklich noch Unterschiede sieht oder wie er sich da so in den letzten Monaten dann auch entwickelt hat. Aber es ist ja schön, dass er bei Walter relativ weit oben auf dem Zettel zu stehen scheint. Also wahrscheinlich jetzt nicht fürs Derby, aber dass es nicht ausgeschlossen ist, dass wir ihn vielleicht im Laufe der Saison mal irgendwann sehen als vielleicht die Derby-Ersatz oder so. Ja, bei ihm wäre ich halt auch gespannt, ob du ihn jetzt zum Beispiel in der 80. Mal bringen kannst und er dann über seine Dynamik noch was erreichen kann. Also das kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil ich den Vergleich jetzt hier nicht habe. Wie ist das, wenn du in der zweiten Liga mit einem U19-Spieler antrittst? Aber er hat auf jeden Fall den Speed und ja, ich sag mal jetzt auch die Killer-Qualitäten, Tore zu erzielen. Also da ist er halt einfach herausragend. Und das wäre halt wirklich mal interessant zu sehen, was passiert, wenn du so einen Ecklauf in der 70., 75. oder 80. Minute reinwirfst. Was kann der noch bewirken? Ja, also da bin ich echt gespannt drauf. Und ich glaube auch, er wird definitiv irgendwann seine Chance bekommen. Dafür ist er einfach zu gut. Und vielleicht passiert das schon in dem Jahr. Also ich würde es ihm irgendwie wünschen, weil das ist so, glaube ich, mit unser größtes Talent. Ja, also vielleicht neben Jordan Meier sind das so dann die zwei, auf die ich ein Auge geworfen habe. Hoffentlich können sich am besten beide durchsetzen, aber wenigstens einer. Das würde mich schon sehr freuen. Gut, also Zürich weggeputzt. Jetzt steht also der KSC an. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es etwas schwerer wird, muss man an der Stelle sagen. Der KSC macht aus meiner Sicht bislang eine gute Figur in der zweiten Liga nach dem Wiederaufstieg. Insgesamt Platz 10, 16 Punkte, 22 zu 24 Tore. Weniger Niederlagen als der VfB. Das hat mich überrascht, als ich das gesehen habe. Aber auch weniger Sieger. Also der KSC konnte drei Spiele gewinnen, drei haben sie verloren. Und zuletzt spielte man sieben Mal in Folge unentschieden. Neuer Zweitliga-Rekord. Also da hat der KSC Historisches geschafft. Und damit man diese Serie nicht ausbaut, sondern vielleicht eine neue Niederlagenserie beginnt, dafür sollte sich dann Tim weiter was überlegen. Ich habe mal auch geguckt, also in den letzten 16 Partien zwischen dem VfB und Karlsruhe gab es kein Unentschieden. In den letzten 16 Partien, das ist natürlich schon eine Ansage. Also das ist ein Spiel, das relativ selten ein Remis am Ende stehen hat. Das letzte Unentschieden gab es 1993. Oh, das habe ich zwar schon aktiv miterlebt, aber noch nicht als reisender Fan. Da bin ich hier gleich bei dem Thema. Wir haben heute ein bisschen mehr Zeit, weil wir haben keine Nachbesprechung eines größeren Spiels. Keine Mailbox und du erzählst einen Schwank aus deiner Jugend. Einen Schwank aus meiner Jugend, genau. Interessant ist hier bei uns beim Workflowy, so nennt sich unsere Outliner, den wir immer benutzen, um die Themen zusammenzutragen. Haben wir ein Symbol jetzt auf einmal hier eingeblendet? Das hatten wir zuvor noch nie. Nämlich so ein Kreuz. Ich weiß nicht, warum das da ist, aber hier hängt auf einmal ein Kreuz vor dem Themenpunkt Derby-Geschichte. Und das ist in der Tat jetzt was, das wollte ich schon länger mal erzählen, aber ich habe natürlich bislang noch nicht den passenden Anlass gefunden. Jetzt ist es soweit, denn ich wollte euch von meiner bislang wirklich tollsten Derby-Geschichte erzählen, beziehungsweise überhaupt so mit großartigsten Fan-Erfahrungen, die ich bislang gemacht habe. All das hat sich zugetragen im Jahre 1995. Das ist Wahnsinn. Ich war damals schon 15 Jahre alt. Also das hat mich heute ein bisschen erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das feststellen musste. Ich dachte immer, das war so 99 rum. Nein, es war 95 und wie gesagt, da war ich ungefähr 15. Und es war so, dass ich am 21.04.95 auswärts dabei war, als der VfB in Karlsruhe 1 zu 3 verlor und in der ersten Halbzeit schon 0 zu 3 hinten lag. Nach diesem Spiel wurde Jürgen Röber und Dieter Hoeneß entlassen beim VfB Stuttgart und es wurde eine neue Ära, möchte ich sagen, angestoßen. Ich glaube, dann kam im Sommer Rolf Fringer oder so. Irgendwie so muss das gewesen sein. Also der VfB wollte sich neu aufstellen oder hat sich neu aufgestellt. Aber diese Niederlage in Karlsruhe hatte zur Folge, dass wir Freunde untereinander uns geschworen haben, wenn wir wieder in Karlsruhe antreten müssen, dann brennt hier der Block. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben uns überlegt, wie können wir möglichst viel Pyro in diesen Block mit reinbringen und was kann man sonst noch so machen, um die Karlsruhe in irgendeiner Weise zu demütigen. Und diese Arbeiten begannen im Endeffekt am 22.1995, als wir noch nicht mal wussten, wann wir als nächstes in Karlsruhe spielen mussten. Es war dann Gott sei Dank nicht allzu lang, also ich habe es ja gerade eben gesagt, es waren dann acht Monate später am 9.12. oder sieben Monate, knapp sieben Monate am 9.12.1995. Und zunächst ging es damit los, dass wir uns im Sommer extra Schals sticken ließen. Also früher konnte man sich das jetzt nicht über Flyer-Alarm drucken lassen. Nee, man musste jemanden finden, der irgendjemanden kannte, der so Schals sticken lassen konnte. Also es gab wohl so Fandienste, die das übernommen haben. Das war sehr, sehr teuer, das weiß ich noch. Aber das war uns zu dem Zeitpunkt egal. Also haben wir den Schal in Auftrag gegeben. Unoduo-Dreh, scheiß KSC. Das war unser Schal, den wir uns damals haben sticken lassen. Und wir brauchten natürlich auch noch Schals vom Karlsruhe SC, um die dann, ich sag mal, zu vernichten. Ich war 15. Aber wo kriegst du denn so einen Schal her? Da musst du natürlich erst mal jemanden finden. Also haben wir einen befreundeten Bayern-Fan damit beauftragt. Das wäre aber schlimmer. So waren halt damals die Beziehungen, die wir hatten. Wir hatten nichts außer Bayern-Fans um uns herum. Aber es war einer aus dem Fanclub. Und der musste irgendwie auch nach Karlsruhe, war nochmal ein Auswärtsspiel. Und hat uns dann versprochen, dass er KSC-Schalz mitbringt für uns. Das hat er auch getan. Und außerdem haben wir dann während der Zeit, war das Sommerpause oder so, da haben wir angefangen, alle Anti-KSC-Gesänge auf VHS aufzunehmen. Also wir haben uns dann praktisch vor so eine Videokamera gestellt und haben diese Gesänge zum Besten gegeben. Und ich weiß gar nicht, ob dieses Tape noch existiert, was damit jemals passiert ist, aber es wurde auf jeden Fall erstellt, muss man an der Stelle sagen. Wir haben uns da wirklich richtig hochgejazzed. Also das war wirklich zeitweise abartig, wie sehr wir vermeintlich den KSC gehasst haben. Also ich bin mir nicht sicher, ob das gut gewesen wäre, wenn wir vor dem 9.12. gegen den KSC gespielt hätten, weil es drohte zu eskalieren. So, als dann feststand, dass es im Dezember nach Karlsruhe geht, sind wir alle zusammen auf unseren 50erlis, ja, also es gab halt mehrere 16-Jährige, die so 50 Kubik-Maschinen hatten, ins weit entfernte Hechingen gefahren. Sebastian, sagt dir das was? Äh, nee, zu der Zeit habe ich auch noch in Ostwestfalen gewohnt. Also ich habe Hechingen schon mal gehört, aber wo jetzt genau das Ziel eurer Ausfahrt mit der Mofa-Gang oder Moped-Gang dann lag, das musst du nochmal erläutern. Und warum ihr überhaupt da hingefahren seid? Mit weiß-rotem Fuchsschwanz natürlich. Tübingen, zwischen Tübingen und Balingen liegt Hechingen. Okay. Und da gab es so einen Pyrotechnik-Verkauf. So, und da sind wir dann hingeknattert mit unseren Mopeds da angekommen und das war natürlich irgendwie so die große Welt. Das Problem ist natürlich bei diesen Pyroläden gewesen, dass du 18 sein musstest. Aber da hatten wir wiederum den Bayern-Fan dabei, der auch schon 80er hatte. Der hatte eine große Maschine, natürlich schon vorher da war und mit uns zusammen die Sachen dann gekauft hat. Also er hat dann sozusagen die Sachen gekauft, wir haben es ausgesucht. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass wir uns ein Rauchutensil gekauft haben, namens Übex O, das, ich glaube, stundenlang orange gequalmt hat. Und der Trick war, um die Rauchentwicklung voranzutreiben und dass es praktisch nicht so lange raucht, sondern ziemlich schnell ziemlich viel raucht, musste man es irgendwie in Alufolie oder so einwickeln und dann das irgendwie entzünden. Also wie genau das ablief, da hatten wir extra Pyrospezialisten mit dabei, den möchte ich jetzt hier nicht benennen, aber es war einer, der bei der Jugendfeuerwehr aktiv war und offensichtlich da Erfahrung hatte mit. Das war auch gleichzeitig derjenige, der die Idee hatte, man solle noch möglichst viele Tischtennisbälle kaufen und die auch in Alufolie einwickeln und dann anzünden. Das ergibt dann auch irgendwie so einen Raucheffekt. Können wir mich auch noch daran erinnern. So, also, wir haben das Zeug dann eingekauft und haben uns dann auf den Weg nach Karlsruhe gemacht. Also, das allerdings ja nicht mit dem Mofa. Ich wollte aber nicht auf eure Mopeds. Nein, sondern mit dem Zug. Das weiß ich noch. Aber dann hört es auch schon auf bei mir. Ich gehe also davon aus, dass ich auf der Zugfahrt mindestens zwei Bier getrunken habe, weil ich kann mich dann erst wieder daran erinnern, als ich im Block zu mir kam, möchte ich fast schon sagen. Nein, ich kann mich wirklich nicht mehr an die Zugfahrt erinnern. Ich weiß, dass wir uns in Stuttgart am Hauptbahnhof getroffen haben und dann relativ auch dann direkt begonnen haben mit Alkohol. Und ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, was auf der Zugfahrt passiert ist. Ich weiß auch nicht, wie ich vom Zug ins Stadion kam. Ich weiß nur, dass ich irgendwann in diesem Block drin stand und wir standen relativ nah an, was die Gegend gerade, also schon im VfB-Block, aber daneben waren halt gleich so diese normalen Cartoon-Fans, die jetzt nicht zu den Fangruppierungen gehört haben, sondern halt so ganz stinknormale. Und die haben natürlich dann auch immer mal wieder irgendwie dumme Kommentare losgelassen. Und dann ging das halt los, dass wir so langsam aber sicher unsere Pyroshow da gestartet haben. Fragt mich nicht, wie wir das reingebracht haben, das ganze Zeug. Aber jeder hatte auf jeden Fall was mit dabei. Und es führte sogar dazu, dass einmal das Spiel kurz unterbrochen werden musste. Weil irgendjemand, so eine blaue Kugel war das, eine ziemlich große blaue Kugel, auf die Tartanbahn geworfen hat und die dann da vor sich hingeraucht hat. Und man konnte sogar noch später dann bei Spielen des Castro SC diesen Abdruck auf der Tartanbahn sehen von unserer blauen Kugel. So, da haben wir praktisch Eindruck hinterlassen, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, und ich weiß nicht, wir waren damals tierisch stolz darauf, dass wir es geschafft hatten, das Spiel zu unterbrechen, dass der VfB, und das ist die gute Nachricht, am Ende sogar noch 2 zu 1 gewonnen hat. Dank euch wahrscheinlich, oder? Ja, also jetzt, wo ich die Geschichte erzähle, also schon kurz danach war mir klar, dass das jetzt vielleicht nicht alles das Glorreichste war, was du so mitgemacht hast. Aber es war immerhin lustig, kann man sagen. Und wie gesagt, für uns waren das damals, ja, 8, 9, 10 ganz besondere Monate. Ja, weil ich weiß halt, damals war es halt wirklich richtig ein verbissenes Duell, auch von meiner Seite aus. Das ist jetzt nicht mehr ganz so extrem. Also es ist jetzt nicht so, dass ich total durchdrehe, wenn ich irgendjemanden mit einem KC-Schall sehe, sondern ich kann mich dann noch zurückhalten. Also mittlerweile bin ich diesbezüglich ruhiger geworden. Und nochmal kurz zur historischen Einordnung. Das Spiel, von dem du sprachst in Karlsruhe, ging 2 zu 1 für den VfB aus. Ja. Und die Tore für den VfB schossen Freddy Bobic in der 21. Minute, Axel Kruse in der 50. Minute und den späten Anschlusstreffer erzielte per Elfmeter niemand Geringeres als Thomas Hessler. Ganz spektakulär, finde ich. Und vorne im Sturm beim KSC Sean Dundee und Sergej Kejakov. Also das war eigentlich noch Zeiten. Ja, das waren noch schöne Zeiten damals. Und Ensenow Wotny hat beim KSC links außen gespielt. Oh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte auch immer, dass er damals schon... Jemals hat das anderes als irgendwie Innenverteidigung, Glibero oder sonst was gespielt. Vielleicht noch Sechser, aber doch nicht links außen. Wer weiß, ob das alles so historisch direkt und richtig übernommen wurde. Wer weiß. Das Mittelfeld vom KSC war sensationell. Dann Wotny, Hessler, Thorsten Fink, Manni Bender und Slavon Bilic. Wahnsinn. Ja, eigentlich... Wobei, das war auch dann die Zeit, als man... Der Eurofighter, wo man in Valencia dann so... War dann noch dieser Edgar Schmidt, hieß der, glaube ich. Ja, der wurde eingewechselt, glaube ich. Oder? Ja, der wurde eingewechselt für Thorsten Fink, genau. Trainer? Kannst du das auch noch sehen? Ja. Ja, muss ja Wittin Schäfer gewesen sein, logisch. 98 kam der zum VfB, glaube ich. Mhm. Ah, das sind Geschichten, die nur das Derby schreiben. Ja, es ist schon verrückt, was damals so abging rund ums Derby. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere jüngere Fan vielleicht jetzt eh nicht drauf ist und sich wahnsinnig auf dieses Derby freut. Aber da bin ich ganz ehrlich, es ist schon ein besonderes Spiel, aber lang nicht mehr so bedeutsam für mich jetzt persönlich wie die Jahre zuvor. Also, ich habe mir die letzten Tage auch so ein paar Gedanken gemacht, wie wichtig ist jetzt da ein Sieg, weil man hat ja auch häufig lesen können, wenn die das verlieren, dann ist egal, was diese Saison noch passiert, dann haben sie verschüssen und was weiß ich. Das kann ich jetzt, also dieses Gefühl kann ich bei mir nicht ausmachen. Ich bin da doch etwas entspannter. Ich möchte dieses Spiel unbedingt gewinnen, ja, weil es natürlich ein Heimspiel ist und wichtig, um den Anschluss nicht zu verlieren an die beiden Aufstiegsplätze. Aber es ist für mich jetzt nicht so, dass die Mannschaft bei mir komplett verschüssen hätte, wenn es irgendwie schief geht. Also, wahrscheinlich setze ich mich damit jetzt total in die Nesseln, aber es ist halt einfach die Wahrheit. Ja, ich weiß nicht, was dir da geht. Da haben wir jetzt mal schon gesagt, uns wären irgendwie die entgangenen zwölf Punkte aus den vergangenen Partien, die man hat liegen lassen, wichtiger als der Sieg im Derby. Aber grundsätzlich glaube ich, dass unabhängig jetzt von den ganzen Emotionen, die jetzt da sind oder nicht da sind, das Spiel absolut richtungsweisend sein kann. Weil, wenn du da jetzt gewinnst, ob überzeugend oder glücklich oder irgendwie, dann kann das echt dir den nötigen Push geben, um irgendwie das Jahr dann erfolgreich zu beenden. Und, ja, wenn du es nicht gewinnst, dann ist die Stimmung halt echt am Boden einfach. Und dann wird es auch wirklich schwierig, noch Argumente dann für Tim Walter zu finden. Also, ich will die Trainerdiskussion gar nicht aufmachen, aber die Stimmung wird dann sehr, sehr frostig sein. Wobei ich da die Meinung habe, du musst jetzt das Ding mit Tim Walter beenden, also in der Hinrunde. Mit ihm oder mit der Diskussion? Ich will jetzt einfach keine Diskussion bis zum Jahresende mehr hören, weil du hattest jetzt die Möglichkeit, wenn du nicht davon, oder anders, ich gehe anders in die Diskussion rein, bis auf. Wenn ich jetzt, ja, Thomas Hitzesberger wäre oder von mir aus auch Sven Mislentat, ja, dann würde ich jetzt nicht mehr über den Trainer diskutieren in der Hinrunde, weil ich jetzt die Möglichkeit gehabt hätte, zu handeln. Und entweder ich bin mir sicher, dass Tim Walter der geeignete Mann ist, dann mache ich mit ihm weiter, oder ich denke mir, ja, es passt nicht, dann hätte ich mich jetzt trennen müssen. Denn jetzt haben wir noch fünf Spiele, ja, fünf Spiele haben wir jetzt noch, 2019, und sollte das jetzt gegen Karlsruhe schiefgehen, sehe ich, also aus meiner Sicht, jetzt macht das für mich wenig Sinn, jetzt noch kurzfristig den Trainer zu wechseln. Dann gib ihm die Möglichkeit, die Saison oder die Hinrunde zu Ende zu bringen und dann zu entscheiden, ob das noch Sinn macht oder nicht. Ja, klar, wenn der jetzt fünf Spiele verliert, dann wird es natürlich schwierig, aber selbst dann, sage ich dir ganz ehrlich, würde ich jetzt nichts mehr am Trainerposten drehen. Also, das würde ich jetzt so durchziehen. Aber die Frage ist ja, wenn er jetzt, also ich bin ja natürlich der Meinung, dass der VfB jetzt endlich den Befreiungsschlag landet und einen überzeugenden Heimsieg einfährt, aber gesetzt den Fall, es passiert genau das Gegenteil. Weil, dann hast du halt gegen alle drei Aufsteiger verloren, gegen zwei davon zu Hause und du hast zum ersten Mal gegen den KSC verloren, seit, ich kann nicht das fragen, weil du heute nicht auf Twitter warst, weißt du, wann die letzte Heimniederlage vom VfB war? Warte, ich weiß es nicht, ich würde es schätzen, okay? Ja, schätz mal. War das noch, war das in den 2000ern, kann ich so viel fragen? Nein. Okay, dann weiß ich nicht. Es war 1965. Oh. Ja, da war ich definitiv nicht dabei. Genau, es wäre echt eine historische Niederlage und das gegen alle drei Aufsteiger verloren. Dann musste ich ja dann quasi hinstellen als Hitzelsberger, als Mississiter und sagen, wir gehen mit Tim Walter in die Winterpause. Ja. Und dann ist halt die Frage, ist dann Tim Walter nicht irgendwie so Deadman Walking? Also, ich finde, die Situation ist echt vertrackt, deswegen ist das Spiel brutal wichtig. Du darfst es einfach nicht verlieren. Ja, aber ich würde es halt nicht nur an diesem Spiel festmachen. Also, erstens mal ist es wichtig, wie läuft das Spiel? Ja, also, gehst du jetzt hier total unter oder, ja, liefert sich der VfB einen großen Fight und man kriegt irgendwie einen unberechtigten Elfmeter, also die Karlsruher, und dann wird das Spiel so entschieden. Da würde ich schon nochmal Abstriche machen, ob man dann eben über den Trainer diskutiert oder nicht. Aber ich gebe dir natürlich recht, der VfB muss dieses Spiel gewinnen. Punkt. Das ist ein Heimspiel gegen den Aufsteiger. Wir haben zuletzt nur vier Spiele, oder wir haben zuletzt vier Spiele von fünf verloren. Jetzt braucht es dann irgendwo ein Zeichen. Und eigentlich ist das der perfekte Gegner, weil Motivation muss da sein, diesen Gegner besiegen zu wollen. Und, ja, ich glaube, jeder Spieler ist sich auch bewusst darüber, welche Bedeutung dieses Derby für eigentlich alle VfB-Fans hat. Und da muss ich kurz einhaken, ist das so? Das muss ja so sein. Also, ich glaube, die einzigen zwei, die noch da sind, aus dem letzten Derby sind Emiliano Insur und Marcel Kaminski, die beide nicht spielen werden. Also, es ist ja auf dem Platz niemand, der beim letzten Derby dabei war. Und ich weiß es nicht mehr. Dann zeigt den Leuten das Conor Sullivan-Video. Wie bitte? Dann zeigt den Leuten das Conor Sullivan-Video. Dann wissen die, was Derby bedeutet. Ja, aber es ist die Frage. Wir sagen ja auch schon, wir hätten lieber neun Punkte mehr und dafür geben wir den Derbysieg her. Also, wie denkt halt so ein Vollprofi im Jahr 2019? Also, sagt er auch, das ist ein Spiel für jedes andere, müssen wir halt gewinnen. Oder, ich meine, Gregor Kogel hat es, glaube ich, heute gesagt irgendwie, das ist gut, dass jetzt so ein Spiel ansteht, da kann man viel wieder gerade rücken. Aber ich kann halt ganz schlecht einschätzen, wie tief dieser Derby-Gedanke bei Profis dann wirklich im Hinterkopf sitzt oder ob das für die wirklich völlig egal ist. Ich setze das ein Stück weit voraus, dass Trainer und auch, ja, überhaupt der Teamstab sozusagen das schafft, den Spielern, die jetzt vielleicht nicht so sehr wissen, wie die Historie zwischen dem VfB und dem KC so ist, dass die es schaffen, den Spielern das klarzumachen. Und die Bedeutung des Spiels sollte dann spätestens nach der Mannschaftsbesprechung jedem bewusst sein. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich als Spieler davon komplett frei machen kannst. Also, das werden die merken, weil sie es auch ständig zu hören bekommen und in der Presse lesen. Also, das setzt sich einfach voraus. Also, wenn man da in das Spiel geht, ähnlich wie jetzt, sagen wir mal, gegen Osnabrück, ja, da erstmal so ein bisschen vor sich hinkickt und der Holger Badstuber dem Klement da noch irgendwie klar machen muss, dass er jetzt mal aufwachen sollte nach zwei Minuten. Also, sorry, also dann kann ich schon verstehen, wenn dann auch mal jemand pfeift. Also, hier möchte ich einfach, dass man komplett konzentriert an die Nummer rangeht und sich nicht wieder wie eine Schulmannschaft in den ersten drei Minuten präsentiert. Also, das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und in der Regel hat das die Mannschaft bislang auch hinbekommen. Ab und zu hatten sie mal so einen Stendrian drin, gerade gegen Wehen Wiesbaden. Da konnte man schon so ein bisschen so einen leichten Arroganzanfall verspüren. Aber ich glaube, das hing damals auch damit zusammen, dass man halt lange unbesiegt war. Ja, und sich dann schon so ein bisschen, ja, überschätzt hat in manchen Situationen und auch dachte, man kann viele Dinge noch umbiegen im Laufe eines Spiels. Und jetzt haben sie ja eigentlich mehrfach aufgezeigt bekommen, dass sie das nicht können. Wenn die ab der ersten Minute eben nicht Vollgas geben, dann verlieren die vielleicht auch ein Spiel und auch gegen einen Aufsteiger. Das haben sie, wie gesagt, zweimal erleben dürfen. Und ich hoffe, dass das Spuren hinterlassen hat. Und das hat für mich dann nur untergeordnet, was mit dem Derby zu tun, sondern das ist grundsätzlich eine Erfahrung, die die jetzt gesammelt haben müssen nach diesen verheerenden Spielen, die wir zuletzt abgeliefert haben. Also das lasse ich nicht gelten, dass die Spieler sich der Bedeutung des Spiels nicht bewusst sind. Das darf nicht sein. Jeder muss wissen, um was es hier geht, unabhängig vom Derby. Wie du sagst, es ist halt einfach auch ein richtungsweisendes Spiel für die komplette Saison und gleichzeitig noch ein Derby. Genau, weil ich glaube, es sind halt einmal die drei Punkte, die man halt wirklich dringend mittlerweile benötigt. Aber auch stimmungsmäßig wird es über den weiteren Verlauf zumindest der Hinrunde entscheiden. Und deshalb muss man da wirklich dann nochmal motivierter reingehen, als wir das leider jetzt in den letzten Spielen gesehen haben. Und ja, ich dann von Anfang an da komplett motiviert und konzentriert auf dem Platz stehen. Da bin ich echt mal gespannt, ob der VfB das dann abrufen kann oder ob man dann schnell nervös wird oder so. Also ich bin, ja, es fängt auch an zu kribbeln, weil wir ja nicht genau wissen, wie der VfB sich da zeigen wird. Also sehen wir den VfB, wie er gegen Dynamo Dresden aufgetreten ist oder sehen wir halt eher so einen VfB, wie er gegen Osnabrück aufgetreten ist. Ja, das Stadion wird toben, da bin ich mir sicher. Also die Stimmung wird hervorragend sein. Ich glaube auch nicht, dass wir früh Pfiffe hören werden, weil ich glaube, es gab auch schon so eine Initiative, dass man sagt, man unterstützt die Mannschaft 90 Minuten, egal was ist. Und im Derby ist es halt wichtig, was ja eigentlich Grundvoraussetzung ist, dass man die Mannschaft über 90 Minuten unterstützt. Aber im Derby ist es halt nochmal wichtiger, dem Gegner nicht noch irgendwie Aufschwung zu geben, indem die Karlsruher merken, Mensch, das Publikum wird schon unruhig und so. Also das ist wirklich wichtig, dass man über 90 Minuten supportet und wenn es dann schief geht, dann kann man von mir aus danach auch pfeifen. Aber es ist für mich wirklich wichtig, dass 90 Minuten lang die Mannschaft unterstützt wird. Und da bin ich mir auch sicher, dass die Mannschaft das in einer gewissen Art und Weise den Fans wiedergeben wird. Also vielleicht, ich gehe davon aus, die gewinnen es, aber du weißt selber, du hast ja auch schon verrückte Spiele miterleben dürfen. Vielleicht reicht es dann vom Ergebnis her nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand auf dem Platz nicht alles gibt. Genau, aber es muss halt am Ende definitiv eins von beiden passen, entweder die Leistung oder das Ergebnis. Also ich nehme gerne einen völlig unverdienten Heimsieg mit und ich freue mich nicht über keinen Sieg, aber eine gute Leistung. Aber eins von beiden muss auf jeden Fall am Ende dastehen, weil wenn weder das eine noch das andere eintritt, dann haben wir glaube ich echt ein Problem. Dann versuchen wir mal so ein bisschen die Chancen auszuloten, wie die stehen für einen Heimsieg. Ich habe mir die Karlsruhe in den letzten Tagen mehrfach angeschaut und habe versucht so ein bisschen herauszufinden, was die gut können, was die nicht so gut können. Und mit dem ersten Punkt, mit dem ich anfangen möchte, ist natürlich mit dem Trainer, Alois Schwarz, den ich persönlich gar nicht so schlecht finde. Also er hat ja glaube ich mal sein Glück in Nürnberg versucht, da lief es nicht ganz so gut. Das war bislang glaube ich seine größte Trainerstation oder vermache ich mich da jetzt total. Ja, aber er war lange, ich glaube den Job in Nürnberg hat er bekommen, weil er in Sandhausen relativ lange relativ erfolgreich gearbeitet hat. Genau und dann hat man glaube ich auch schon mal in Stuttgart über ihn nachgedacht und es wurde dann Nürnberg und ja, da lief es nicht ganz so gut und dann ist er irgendwie wieder nach Karlsruhe. Ich weiß gar nicht, ob da nochmal eine Zwischenstation da war, aber was ich eigentlich zu sprechen kommen wollte ist, der Herr Alois Schwarz, das weißt du mit Sicherheit, ist ja Schwabe. Der kommt ja aus Nürtingen bzw. aus Krötzingen. Also haben wir hier das Duell des Schwabentrainers bei den Badenern gegen den Badener-Trainern bei den Schwaben. Also das von hier jetzt weiß ich, weil ich bin ja so alt, wenn ich Alois Schwarz höre, denke ich immer sofort irgendwie an die Kickers. Stimmt. Ich habe mal 160 Spiele für die gemacht. Ja, also er war schon immer praktisch ein Feind, wenn man so will, der VfB Stuttgart, er hat sich immer auf die falsche Seite geschlagen. Aber um das nochmal abzuschließen, ich halte von dem Trainer wirklich viel, weil was er jetzt hier auch beim KSC geschafft hat, ist, dass die Mannschaft sehr variabel spielen kann, sich eigentlich immer auf den Gegner gut einstellen kann. Das haben sie jetzt auch schon in der Zweitliga-Saison bewiesen, die spielen wirklich die unterschiedlichsten Systeme, meistens hinten mit Viererkette, aber dann können die 4-4-2 spielen, 4-3-2-1, 4-2-3-1 mit Warnicek und Kreuz, die ja auch eine VfB-Vergangenheit haben beide, als Doppel-6, 4-1-4-1. Also da sind so viele verschiedene Systeme möglich, dass es, ich sage mal, schwierig ist vorherzusagen, wer dann gegen den VfB spielen wird. Ich gehe davon aus, dass die mit einem 4-3-2-1 spielen werden. Das kann ich schon mal vorausschicken, aber sicher bin ich mir da natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, diese Systemvielfalt, wenn man das so sagen kann, das ist schon was Besonderes. Also gerade für so einen Aufsteiger, die stellen sich da nicht nur hinten rein, wie gesagt, sie passen sich da sehr an den Gegner an. Und was sie halt auch angeboten bekommen vom Gegner, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was Tim Walter macht, der ja einfach versucht, sein Ding durchzudrücken. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Alois Schwarz sich das mehrfach angeschaut hat, was Tim Walter sich da so überlegt, über 90 Minuten, und sich da einen guten Plan zurechtlegt. Also möchte ich sagen, dass ich vor den taktischen Geschicken des Alois Schwarz große Angst habe, aber man sollte das nicht unterschätzen. Also das ist schon sehr, sehr gut, was er da der Mannschaft eingeimpft hat. Dann die Stärken, da können wir vielleicht auch mal drüber sprechen beim KSC, sind natürlich die extrem gefährlichen Standards. Acht Tore nach Ecken, vier Tore auch schon nach Flanken, dazu dann zwei Treffer durch Schüsse außerhalb des Strafraums. Überhaupt versucht der KSC sehr, sehr häufig außerhalb des Strafraums oder mit Distanzschüssen zum Erfolg zu kommen. Erfolg heißt in dem Fall nicht unbedingt Tor, das wäre natürlich dann der größte Erfolg, sondern es reicht dem KSC dann oft auch schon irgendwie einen Eckball rauszuholen. Denn, ja, ich habe es ja gerade vorgelesen, acht Tore nach Ecken, das ist Liga-Bestwert und unterstreicht dann natürlich auch nochmal die Kopfballstärke, die sie da haben in ihrem Kader. Und das ist ein Mittel zum Zweck. Also ich gehe davon aus, dass der KSC gegen den VfB Stuttgart immer mal wieder den Abschluss aus der zweiten Reihe suchen wird und dann müssen wir natürlich wirklich bei der Verteidigungsaktion, sage ich mal, aufpassen, dass man vielleicht nicht einen Eckball dann irgendwie produziert, sondern dass man den Ball anders klären kann. Weil ansonsten wird es da sehr häufig sehr gefährliche Aktionen zu überstehen geben, da bin ich mir relativ sicher. Sebastian, hast du schon irgendwas vom KSC in der Saison mitverfolgen können oder dir Spiele angeschaut? Spiele angeschaut habe ich nicht, ich habe heute nur ein bisschen was drüber gelesen und habe da gelesen, ich weiß gar nicht, ob du das dann bestätigen kannst, dass sie relativ häufig späte Tore erzielen. Ja, das ist eine Mannschaft, lass mich da kurz einhaken, das ist eine Mannschaft, die wirklich, also das zeichnet diese Mannschaft auch aus, dass die nie aufstecken. Also du wirst den KSC, den kriegst du nicht tot sozusagen, also die sind immer, immer noch da und wollen zurückkommen. Hamburg ist da vielleicht wirklich ein gutes Beispiel, da schien das Spiel ja auch schon entschieden und immer wieder kommt dieser KSC zurück und versucht sich nochmal ranzukämpfen. Die stecken einfach nicht auf, erarbeiten sich sowieso relativ viele Chancen für so einen Aufsteiger, das ist auch eher ungewöhnlich. Natürlich nutzen diese Chancen dann, ja Gott sei Dank kann man sagen jetzt, nicht so aus, wie man das machen müsste, um dann vielleicht noch weiter vorne stehen zu können. Aber wie gesagt, sie erarbeiten sich diese Chancen und stecken niemals auf. Das sind auch so Tugenden, da kommst du in der zweiten Liga, glaube ich, relativ weit. Genau und wenn du halt dann auf einen Gegner triffst, wie den VfB, der halt auch gut spielt, aber immer so ein bisschen das Problem hat, den Deckel drauf zu machen, wie auch im Spiel gegen Dresden und immer dann wieder Gefahr läuft, doch den Ausgleich zu kassieren, kann ich mir echt ganz gut vorstellen, dass wir am Sonntag relativ lange zittern müssen, bis dann irgendwie das Ergebnis dann feststeht. Also, weil das ist ja ein Ding, du kannst nicht das 1-0 machen irgendwie und dann darauf hoffen, dass du es bis zum Ende irgendwie dann runtergespielt bekommst, weil ich glaube, das wird gegen den KSC vermutlich nur sehr schwer funktionieren und ja, deswegen befürchte ich, wird es ein relativ knappes und spannendes Spiel werden. Ja, was noch dazu kommt, ist, dass ich nicht so richtig weiß, ob der KSC uns überhaupt liegt. Also, das ist halt auch so ein Gegner, der anfällig ist über Außen, aber genau da sind wir halt eben nicht so gut. Also, haben wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass der VfB eben nicht gute Flanken schlägt und nicht die Fähigkeit hat, über Außen viel Torgefahr zu entwickeln, sondern eher über das Zentrum kommt, genauso wie der KSC, die kommen in der Regel auch über das Zentrum und haben Probleme über Außen, ja, aber ja, weiß ich nicht, ob man das irgendwie ausnutzen kann. Also, ich hoffe natürlich, dass sich hier dann vielleicht die individuelle Klasse durchsetzt und jetzt gehe ich mal davon aus, dass ein Castro wieder über links spielt, dass er dann doch häufiger zum Flanken kommt, dass man möglicherweise dann Mangala, der dann über rechts spielen wird im Mittelfeld, besser in Szene setzen kann, als das, ja, gegen Osnabrück der Fall war, dass er dann vielleicht die ein oder andere Flanke oder Pass irgendwie nochmal in den Strafraum bringen kann. Und darauf hoffe ich schon so ein Stück weit, weil die Innenverteidiger sind beide sehr kopfballstark, ja, das ist so. Aber ich glaube, dass du mit einem gepflegten Passspiel da schon für viel Unruhe sorgen kannst. Also, wo sie besonders anfällig sind, sind so Bälle, die in die Tiefe gespielt werden. Da haben sie irgendwie ein Problem. Also, das würde ich jetzt mal auf Geschwindigkeitsdefizite abschieben, ja, dass die Innenverteidiger einfach zu langsam sind, manchmal auch ein bisschen umständlich agieren. Aber du wirst wahrscheinlich in nicht allzu viele Situationen kommen, wo der VfB Bälle wirklich in die Tiefe spielen kann. Das ist ja das Problem, was wir die ganze Saison schon haben, dass wir eher gegen sehr tiefstehende Gegner spielen und nicht allzu viel Wiese vor uns haben. Ich würde sagen, das klingt ja eigentlich so, als ob der KSC genau da seine Schwächen hat, wo wir keine Stärken haben. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorge irgendwie. Das ist ja die Frage, welche Schwächen überwiegen sozusagen. Also, beide Mannschaften spielen halt sehr zentrumlastig, aber da sehe ich natürlich jetzt individuell haben die Vorteile auf unserer Seite, ja. Ja gut, sobald das Stichwort individuell fällt, muss man ja sagen, okay, also dann schlägt uns ja niemand. Aber, ach, ja, schwierig. Ja, was sie auch häufiger machen, sind diese Typen, also der KSC, häufig lange Bälle nach vorne schlagen und dann darauf hoffen, dass halt dann gerade vorne der Hoffmann oder Hofmann heißt er ja, diese Sache mit Hoffmann und Hofmann, sorry dafür, der Philipp Hofmann, der die Bälle dann festmacht. Und das ist halt auch einer, der diese Bälle so ganz simpel abprallen lässt, das macht er hervorragend, also gerade so kurze Pässe verarbeitet der richtig, richtig gut und sorgt dafür, dass dann zum Beispiel Warnicek dann diesen Abpraller dann, weiß ich, nach außen spielt oder dann doch wieder zu Hofmann zurückspielt und dann entsteht meistens Gefahr. Also mit relativ simplen Methoden kommen die dann regelmäßig zu Torchancen, so möchte ich es mal sagen. Also auch hier muss man wieder aufpassen. Und der Hofmann selber hat in den 13 Spielen auch schon sieben Treffer erzielt, also den darf man nicht so ganz außer Acht lassen. Absolut richtig, sieben Tore, eine Vorlage, super Kopfballspieler. Wie gesagt, das mit den Pässen finde ich auch erwähnenswert. Also das ist jemand, den hätten wir gerne in unseren Reihen, also so einen treffsicheren Stürmer, das fehlt uns ja absolut. Dazu noch Marvin Poirier, der in der Regel von der Bank kommt, ich glaube erst viermal von Beginn an gespielt hat. Aber ja, allein schon aufgrund dessen, dass er letzte Saison in der dritten Liga 22 Treffer erzielt hat, einfach auch ein absoluter Torjäger ist und immer in der Lage ist, da irgendwie einen reinzuschieben. Und er hat ja schon großmundig verkündet, wir werden nach Stuttgart fahren, alles geben und mit drei Punkten wieder nach Hause kommen. Also das hat er schon die Marschroute vorgegeben. Ich habe auf Twitter geschrieben, dass man das dann noch vielleicht in die VfB-Kabine hängen könnte. Vielleicht motiviert das den ein oder anderen, der, wie du ja vorhin schon geungt hast, noch nicht ein Derby-Feeling ist, der könnte es dann vielleicht schaffen. Aber was Poirier auch gesagt hat und was auch wieder genau eigentlich das Richtige ist, was du gegen den VfB machen musst, ist, es geht über Schweiß, Kampf, Wille. Da wird richtig gefeuert, sagt er. Und man hat das ja schon häufig gesehen, wenn du diese Attribute mit reinwirfst in dieses Spiel gegen den VfB, dann hast du gute Chancen, was in Stuttgart mitzunehmen oder den VfB sogar zu schlagen. Also man hat nämlich das Gefühl, dass wenn du genügend Kampf dem VfB entgegensetzt, dass man damit wirklich diese individuelle Qualität relativ gut in den Griff bekommt. Und da hoffe ich, dass Tim weiter daran auch in der Länderspielpause jetzt gearbeitet hat, dass man eben dann nicht dieses, ich sage es mal, despektierlich stupide Angerenne über 90 Minuten durchzieht. Ich hoffe, dass wir hier auch mehrere Varianten sehen, wie der VfB zum Torerfolg kommen möchte. Weil wirklich immer nur Pass von rechts nach links und ab und zu mal nach vorne, das hat uns in den letzten Spielen relativ wenig gebracht. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber auch das fordere ich ein Stück weit jetzt in diesem Derby ein, dass wir eine gewisse Weiterentwicklung erkennen. Oder wie gesagt, neue Varianten sehen, die eingestudiert wurden, einfach neue Optionen, die sich der VfB schafft, die fehlen mir nämlich bislang. Ja und ich finde, es muss einfach mal gerade in diesem Spiel einfach mal ein bisschen mehr, das klingt jetzt abgedäuscht, aber ein bisschen mehr Power ins Spiel. Also weil das ist jetzt echt so ein, ja ein ganz wichtiges Spiel, was ja auch nicht nur auf dem Platz entschieden wird, auch so ein bisschen im Kopf, denke ich. Und Karlsruhe kommt nach Stuttgart, der KSC weiß genau, die zwei anderen Aufsteiger haben schon gegen VfB gewonnen. Wien Wiesbaden hat im Neckarstadion gewonnen und Kiel hat im Neckarstadion gewonnen, Osnabrück hat zu Hause gewonnen. Also warum wir nicht auch? Und sie wissen ja ganz genau, wie sie den VfB bearbeiten müssen, damit sich unsere halt irgendwie schwer tun. Und das werden sie genau machen. Und der VfB muss dann ja eigentlich von Anfang an zeigen, nee, heute nicht. Also da halten wir dagegen. Und das geht dann, glaube ich, nicht mit endlosen Passstaffetten, am Ende irgendwie 600 gespielten Pässen. Aber keiner ist irgendwie weitergespielt als zwei Meter und alle irgendwie rund im Mittelkreis. Das wird, glaube ich, gegen Karlsruhe so nicht funktionieren. Man muss da wirklich, also es ist wirklich so aus der Phrasenkiste, aber echt von Anfang an zeigen, wer Herr im Haus ist und dass man die drei Punkte definitiv hier in Stuttgart behalten möchte. Ja, absolut, da gebe ich dir recht. Die Frage ist halt, und wir werden natürlich nachher noch unseren Stadtelf-Tipp abgeben, aber die Frage ist halt, mit welchem Personal versuchst du das? Setzt du jetzt hier eher auf erfahrene Spieler oder eher auf jüngere Spieler, die vielleicht bislang noch gar nicht so viele Einsatzminuten bekommen haben? Ich bringe jetzt mal Massimo oder Klimowitz, der ja ein gutes Spiel in der Oberliga gemacht hat. Einfach jetzt hier mal ins Gespräch. Gibt es da bei dir denn Tendenz, auf wen du da setzen würdest? Nee, nee, nee. Also vorne, also ich glaube, wir haben es eben schon mal gesagt, also Al-Gadoui ist, glaube ich, wirklich ein heißer Tipp, weil der, bei ihm ist ja völlig wurscht, ob er jetzt irgendwie Derby-Feeling hat oder nicht, aber er einer der wenigen im Kader ist, die wissen, wo das Tor steht und das im Zweifelsfall auch treffen. Insofern würde ich, glaube ich, auf ihn nicht verzichten, aber wie es so dahinter aussieht, da bin ich auch noch sehr, sehr unschlüssig und möchte auch echt nicht in der Haut von Tim Walter stecken. Also nicht nur wegen der Erfolglos-Serie in der jüngeren Vergangenheit, sondern auch wegen der Optionen und Nicht-Optionen, die er jetzt für die Startelf hat. Wobei ich mich allerdings freue, wenn ich noch kurz das ergänzen darf, auf Karlsruher Seite, kann ich das nicht sagen? Doch, darf man. Benjamin Uphoff, unser ehemaliger dritter Torhüter, spielt seit zwei Saisons, glaube ich, in Karlsruhe. Drei. Der ist nach dem Aufstieg nach Karlsruhe gegangen. Nein, nach dem Aufstieg schon, okay. Und spielte in dieser Saison eine wirklich hervorragende Rolle. Der ist Stammtorhüter beim KSC und seine schlechteste Note in der Saison ist eine 3,0. Also der hat eine Durchschnittsnote von 2,69, was ihn vielleicht sogar zum besten Keeper der zweiten Liga macht, laut Kicker oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber der spielt eine super Saison und kommt jetzt zurück. Und da bin ich mal gespannt, wie er sich schlägt, weil er ja beim VfB jetzt nie so wirklich eine Chance bekommen hat. Also da gebe ich dir absolut recht, Benjamin Uphoff, ein sehr, sehr solider Torhüter, der wenig Fehler macht. Wenn es bei ihm ein kleines Manko gibt, dann ist es so ein bisschen die Strafraumbeherrschung, gerade was das Abfangen von Flanken angeht. Der hat dann natürlich das Glück, dass er mit Pissot und mit, wie heißt der andere Kollege? Gordon. Genau, die zwei richtigen Riesenlatten sozusagen vor sich hat, die dann natürlich auch nochmal viel wegverteidigen können. Aber das ist so seine einzige Schwachstelle, die ich in der Saison bislang ausmachen konnte, also Strafraumbeherrschung. Und da bin ich gleich nochmal bei dem Thema Al-Ghadoui, weil du das ja gerade gesagt hast und ich ja zu Beginn auch schon so ein bisschen angedeutet habe, dass ich den spielen lassen würde. Die Frage ist halt, ob Al-Ghadoui seine Qualitäten gerade gegen diese großen Innenverteidiger ausspielen kann. Also gerade was so Kopfballstärke angeht, bin ich mir eigentlich sicher, dass Al-Ghadoui da Probleme haben wird gegen Gordon und Pissot. Und ich weiß nicht, jetzt am Boden wird er wahrscheinlich ein bisschen stärker sein als die beiden. Aber er ist natürlich da auch nicht der Techniker vor dem Herren, obwohl natürlich das Tor, das er damals in Hamburg geschossen hat, das uns eine Runde weiter im DFB-Pokal gebracht hat, schon extrem qualitativ hoch. Genau, aber das Tor habe ich gerade so vor Augen und auch wenn es nicht qualitativ wäre, wenn du halt einen Al-Ghadoui, glaube ich, im 16er den Ball gibst, dann ist seine Intention, ich schieße den aufs Tor und ich lege den nicht nochmal nach hinten. Ich lege den nicht zur Seite, ich gucke nicht nochmal, sondern ich schieße halt aufs Tor und das ist ja genau das, was dem VfB fehlt, weil irgendwie dann nochmal quergelegt wird, nochmal abgelegt wird, nochmal geguckt, nochmal geflankt. Und er ist halt einer, der will das Tor dann machen und davon haben wir halt gerade nicht so viele und deswegen glaube ich, dass er der Richtige wäre und ja, vielleicht sollte man ihn nicht hoch anspielen, weil klar, dass dann die zwei Kanten da drin stehen, die ihn da irgendwie zudecken werden, aber du kannst ihn ja auch flach anspielen, das hat er auch gezeigt. Ja, das ist die Frage, welche Alternative hättest du? Also, du hast jetzt Gommis, der mal getroffen hat, ja, klar, Silas, ich weiß es nicht, wir haben ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, eigentlich ein Spieler, der irgendwie ein bisschen Wiese vor sich braucht, der jetzt nicht der klassische Strafraumstürmer schlechthin ist, Gommis weiß es, also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich den jetzt direkt bringen würde, nachdem er zweimal in einem Testspiel gegen den Schweizer Zweitligisten getroffen hat, also dafür waren die... Ich kann ja noch als historischen Fakt angeben, bei der letzten Niederlage vom VfB gegen den KSC, das war in Karlsruhe, im Jahr 2007 stand Mario Gommis in der Startelf, insofern wäre ich da so... Raus mit denen! Schwierig! Also wäre ich da vorsichtig, meine ich, ja. Ja, nein, das Problem, was ich halt habe, ist, dass Gommis in den Spielen, die er bislang für den VfB absolvieren durfte, also die Pflichtspiele, hat er mich eigentlich nur im Spiel gegen Hannover überzeugt. Genau, gleich am Anfang, ja. Genau, da war es am einen die Laufbereitschaft, die er da gezeigt hat, ja und auch sonst, wie er sich da als Stürmer präsentiert hat, da war das halt genau die Art und Weise, wie ich es mir wünschen würde von Mario Gommis und die Spiele, die danach folgten, sei es jetzt Einwechslung gewesen und ich glaube, er hat ja auch zweimal nochmal von Beginn an gespielt, oder? Oder einmal auf jeden Fall, aber da konnte er mich halt einfach nicht überzeugen, von daher ist er für mich jetzt nicht die Alternative, wenn ich Al-Gadoui draußen lassen würde und dann wird es halt langsam schon eng, ja. Ja, wenn ich sage, Silas ist nicht der Richtige und Gommis ist auch nicht der Richtige, ja, dann bleiben mir noch Al-Gadoui und Nico Gonzalez. Genau, Nico Gonzalez wäre natürlich eigentlich gegen die zwei Kleiderschränke dahinten der Innenverteidigung genau der Richtige, weil er halt schnell und wendig ist, aber schnell und wendig bringt ja halt nichts, wenn er halt an beiden Innenverteidigern vorbeikommt, dann das Tor trotzdem nicht trifft. Und insofern, ja, nehme ich dann lieber einen, der vielleicht nicht ganz so wendig ist, aber dafür dann vielleicht mehr so die Abschlussqualität hat. Ja, also wir kommen gleich noch auf unsere Stadtelf oder auf unsere Stadtelf-Tipps zu sprechen, aber ich möchte den Themenblock Karte noch damit abschließen, indem ich mal so ein bisschen über den Kader drüber schaue und die Spieler erwähne, die ich besonders, ja, beachtenswert finde. Also Benjamin Uphoff hast du schon genannt, absolut, der Torwart ist sehr, sehr gut, da schieße ich nicht einfach mal so ein Tor rein, also es ist kein Fliegenfänger, sondern der Junge hat Qualität und der wird natürlich auch besonders motiviert sein, hier in Stuttgart dann unter Beweis stellen zu können, dass er eigentlich vielleicht eine Alternative gewesen wäre für den Kader des VfB. Also da haben wir wieder diese blöde Situation, dass man danach davon sprechen darf, ausgerechnet Uphoff war es der. Aber immerhin wird ja kein Tor schießen, also hoffe ich jetzt jedenfalls. Nein, Tor nicht, aber du weißt doch, wie es ist hier, Elfmeter, 90. Minute und natürlich hält er das Ding, ja, du weißt doch, wie das ist. Gut, Daniel Gornon haben wir auch schon angesprochen, extrem kopfballgefährlich, also bei Standards ist das immer derjenige, der vorne auf sich aufmerksam macht, drei Tore geschossen, eine Vorlage, ja, auch defensiv, Kopfballduelle, richtig, richtig gut, gute Tackles, das ist auch nicht schlecht. Du kannst ihn aber so ein bisschen in die Bridouille bringen, wenn du verhinderst, dass er keinen langen Ball hinten rausschlagen kann, also sprich eine gute Zeit hat, um das Spiel gut zu eröffnen. Dann kriegt er Probleme, also ich sag mal so, einen kurzen, präzisen Pass kriegt er nicht so gut hin, wie einfach einen langen Ball, für den er dann auch Zeit hat. Also, wenn du den unter Druck setzt, macht der Fehler, da ist er anfällig. Du kannst übrigens gerne reinkrätschen, wenn du noch irgendwas ergänzen möchtest, sonst flüge ich ja einfach durch den Kader des KSC durch. Genau, ich wollte nur sagen, also jetzt kommst du ja wahrscheinlich noch zu David Piso und der ist 32 und Gornon ist 34, also das lässt dann auch so ein bisschen auf ihre Schnelligkeit dann einfach schließen. Also die Innenverteidigung ist sehr robust, aber vermutlich nicht wirklich schnell. Aber für die zweite Liga reicht das halt in den meisten Fällen einfach, das ist ja das Ding. Ja, und dann kommen wir gleich zum Rechtsverteidiger. Mit Marco Thiele haben sie da einen richtig guten, der eben Geschwindigkeit hat, gute Dribblings zeigen kann auf der rechten Seite. Das heißt, er spielt gegen unseren Linksverteidiger dann. Das wäre in dem Fall, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Castro da wieder spielt, auch wieder ein interessantes Duell. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass Castro da genau der Richtige ist. Ich würde jetzt hier keine Experimente wagen und in Suha wieder reinwerfen, nachdem er einfach, ja, bislang irgendwie nicht so richtig an die Spur findet. Borna Sosa ist, glaube ich, keine Alternative, der hat jetzt im Testspiel auch nicht gespielt. Selbst wenn der einsatzbereit wäre, würde ich den nicht von Beginn an in die Mannschaft werfen. Also das könnte so ein interessantes Duell werden. Thiele gegen Castro. Und da muss man auch aufpassen, der Thiele ist auch ein richtig guter Balleroberer. Also da hat er auch schon auf sich aufmerksam gemacht, dass er da viele Balleroberungen im Laufe des Spiels hat. Wichtiger Spieler für den KSC. Bislang noch nichts getroffen und auch noch kein Tor vorbereitet, aber so insgesamt wichtiger Spieler. Dann kommen wir zum Mittelfeld des Castro SC. Und auch da haben wir ja schon angedeutet, dass die da einige interessante Spiele haben. Marvin Wanicek hast du schon angesprochen, Ex-VfB-Spiele, ein Tor, sieben Vorlagen. Das ist schon richtig gut. Und der hat auch wirklich kaum Schwächen in seinem Spiel. Guter Distanzschuss, gute so, man nennt sich Steckpässe einfach zwischen Abwehrspielern hindurch, die dann extrem gefährlich werden. Hat eine richtig gute Übersicht, gute Dribblings, spielt gute lange Bälle. Also der macht halt vieles richtig und du weißt manchmal gar nicht, auf was du dich jetzt einstellen musst bei ihm. Der kommt halt auf dich zugelaufen, hat die Möglichkeit, den Bein nach außen präzise zu spielen, kann abziehen, kann dich ausdribbeln. Ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegenspieler, könnte ich mir vorstellen. Also das ist schon ein richtiges Fund, was sie da drin haben. Auch schade, dass er es beim VfB dann nie geschafft hat. Er war ja schon in der ersten Mannschaft und hat sich da aber nie durchsetzen können. Bisschen schade. Hast du den mal intensiver beobachten können, als er noch hier beim VfB war? Nee, also auch nicht mehr, als dass, wenn ich seinen Namen höre, das sofort und auch wenn mir das VfB-Glöckchen irgendwie klingelt und dachte, er hätte doch schon mal erste Mannschaft gespielt. Aber jetzt weiter, dass ich intensiver irgendwie geguckt habe, was er so kann und macht, nicht. Aber ja, ist erstaunlich. Also Opow, Wanicek und das ist halt echt so ein Muster. Also ich möchte auch gar nicht sagen, dass der VfB die Talente dann irgendwie fahrlässig ziehen lässt. Jetzt vielleicht sind die Spieler auch genauso gut, dass sie jetzt halt bei einem Zweitliga-Aufsteiger eine richtig gute Rolle spielen können. Aber es ist schon erstaunlich, also wie viele Spieler dann doch aus der VfB-Jugend hervorgehen, die es dann beim VfB nicht schaffen, aber dann doch irgendwo anders eine richtig, richtig gute Rolle spielen können. Also Wanicek sehe ich schon mittelfristig in der Bundesliga. Also wenn er die Leistung beibehalten kann und sich vielleicht noch ein bisschen steigern kann, dann ist das jemand, der, weiß nicht, bei so einem Verein wie Union Berlin, Paderborn, also einfach so ein Club, der in den Top 20 ist. Ja, Augsburg-Mainz mit 26 im besten Alter, ne? Könnte ich mir vorstellen, dass da noch was ginge. Also, ja, also gerade jetzt in der Saison gefällt er mir richtig, richtig gut. Genauso wie Manuel Stiefler, der mit drei Toren und einer Vorlage im rechten Mittelfeld aufläuft. Ein robuster Spieler, ja, der vielleicht ein paar Schwächen hat beim Pass, aber ansonsten, ja, einfach, wie gesagt, ein torgefährlicher Mittelfeldspieler ist. Ja, auch ein Spieler, den du unter Druck setzen kannst oder beziehungsweise der unter Druck Fehler macht, klar, aber irgendwo muss es ja auch herkommen, dass die Karlsruher gerade erst aus der dritten Liga aufgestiegen sind. Also, wenn die jetzt nur klasse Mittelfeldspieler hätten, dann würden die wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, ich glaube, zwei Jahre, haben sie zwei Jahre in der zweiten Liga gespielt oder drei Jahre? Sind abgestiegen, als wir aufgestiegen sind, richtig? Ja, dann haben sie zwei Jahre in der dritten Liga gespielt. Ja, also das kommt ja schon irgendwo her, warum sie da halt eben zwei Jahre lang gebraucht haben, bis sie aufgestiegen sind. Aber das ist auch ein guter Mann, der sich durchgesetzt hat gegen Lukas Grotzurek, heißt der Junge, glaube ich. Ist auch ein interessanter Spieler, ja, auch rechtes Mittelfeld, hat ein Tor geschossen, eine Torvorlage, kommt zuletzt nicht mehr so oft zum Einsatz, aber das wäre auch ein Spieler, der gegen den VfB sehr interessant wäre, weil auch er einen guten Distanzschuss hat, gute Pässe spielen kann und gut im Dribbling ist. Und das würde ich mir persönlich auch sehr interessant vorstellen, wenn er da auflaufen könnte gegen den VfB. Der könnte da mit Sicherheit auch wieder für eine Menge Verwirrung sorgen und vielleicht dann gerade so Spieler, die manchmal einen Ticken zu lang brauchen, wie Caruso oder so, ja, das ein oder andere Mante Bordouille bringen könnten. Also bin mal gespannt, für wen sich der Alois Schwarz letzten Endes entscheiden wird. Und dann kommen wir zum letzten Spieler, den ich hier ansprechen möchte. Das ist Marc Lorenz, der auf der linken Seite spielt. Und das ist echt ein Spieler, auf den müssen wir extrem aufpassen. Ein Tor, drei Vorlagen, der ist einfach prädiktiert dafür, so einen entscheidenden Pass zu spielen. Also es ist ganz oft der Spieler, der ja mit seinem Pass, ich sag mal, die Chancen eröffnet sozusagen. Also das ist dann nicht unbedingt gleich der Pass, der dann zum Torschuss führt, aber der eben die Chance einleitet, so könnte man es sagen. Ja, auch gut, was die Seitenwechsel angeht, das hat er auch ab und zu mal drin, dass er wirklich dann über das komplette Feld einen drüber zimmert und sehr präzise die Bälle spielt. Und insgesamt ist er auch sehr schwer vom Ball nur zu trennen. Also das ist echt auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, Marc Lorenz, den müssen wir auch in den Griff bekommen. Und das wäre ja auch ein Punkt, da müssen wir so ein bisschen drauf achten, dass der Herr Stenzel sich da nicht zu sehr ins Mittelfeld begibt, also ins Zentrum, sondern dass er da echt aufpasst, dass er seine linke Seite nicht zu offen lässt. Ja, das könnte in die Hose gehen mit Marc Lorenz auf der linken Seite der Karlsruher. Ja, und dann bin ich eigentlich mit dem Kader durch. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie, das lässt mich alles nicht erschaudern, aber das ist schon alles sehr, sehr solide. Und es ist genau das, was du brauchst, um in dieser zweiten Liga eben, ja, sagen wir mal so Platz 10, vielleicht auch einstelliger Tabellenplatz in Angriff nehmen zu können. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus, was der KSC sich da zusammengestellt hat. Ja, und vor allem hast du halt vorher einen Mittelstürmer drin, der halt schon sieben Tore erzielt hat in der Saison und weiß, ja, wie es geht. Hast dann irgendwie auch zwei Zulieferer, die da verlässlich liefern und einen Zehner dahinter quasi, der viele Optionen hat. Also das sieht echt nicht so schlecht aus. Also natürlich nichts, was ein Kader wie dem vom VfB in Angst und Schrecken versetzen darf, aber jetzt auch keine Laufkundschaften. Von den Aussteigern sicherlich der stärkste Kader und ja, schon jetzt mehrfach angesprochen, wie es gegen die anderen beiden Aufsteiger lief, wissen wir. Also dann muss man jetzt echt doppelt aufpassen. Da gehe ich mit. Also von den drei Aufsteigern, finde ich, hat Karlsruhe die stärkste Mannschaft. Und auch das, was ich bislang von allen drei Aufsteigern gesehen habe, ist für mich Karlsruhe der stärkste Aufsteiger, ganz klar. Also das ist von dem, was sie anbieten, schon einfach ein etablierter Zweitligist, auch wenn es jetzt vom Ablauf her nicht ganz stimmt, weil sie halt erst aufgestiegen sind. Aber das ist halt einfach eine gute Zweitligermannschaft, die sie sich da zusammengestellt haben. Also das wird nicht unbedingt einfach werden, aber ich bin optimistisch. Und wir werden natürlich gleich noch ausführlich über den VfB sprechen, aber wir dachten uns, dass wir heute auch mal so ein bisschen ausführlicher auf den Gegner eingehen, damit man so ungefähr weiß, auf was man sich einstellen darf oder muss, wie auch immer. Und wir versuchen nachher beim Startelf-Tipp euch ein bisschen Mut zu machen, wenn der ein oder andere den noch braucht. Gut, dann kommen wir noch zu einem weiteren Thema, das natürlich rund um dieses Derby in den letzten Tagen hohe Wellen schlägt, nämlich das Thema Sicherheitsmaßnahmen. Denn wir haben es ja hier mit einem sogenannten Hochrisikospiel zu tun, Sebastian. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir macht sich so langsam das Gefühl breit, dass wir uns hier wirklich für so eine Art, ich weiß nicht, Dritten Weltkrieg rüsten müssen am Sonntag. Mir ist das fast ein Ticken zu viel, was da gerade so rund um das Derby an Sicherheitsbestimmungen aufgefahren wird. Bin ich damit alleine oder geht es dir da eh nicht? Findest du es auch ein bisschen übertrieben? Ja, ich meine, die Wasserwerfer der Polizei, die müssen ja auch mal irgendwann ein bisschen rumgefahren werden. Und auch die Schienenbeinschoner für die Polizeipferde, die müssen ja auch mal angelegt werden. Also insofern ist das, also wenn nicht am Sonntag, wann dann? Und dann fährt man da halt mal alles auf. Und wenn dann nichts passiert, dann sagt man, es ist nichts passiert, weil wir alles aufgefahren haben. Wenn doch was passiert, sagt man, wir haben noch nicht genug aufgefahren. Das ist ja das alte Ding. Also natürlich ist es da ein Spiel, wo es so hoch hergeht. Aber ich kann jetzt auch nur zurückblicken auf das letzte Derby in Stuttgart im April war es, glaube ich, 2017. Und da wurde ja auch viel aufgefahren und da blieb dann alles ruhig. Und ja, also ich glaube schon, dass natürlich die Polizei das dann auch nutzt, um sich da so ein bisschen zu profitieren und dann mal ihren ganzen Fuhrpark irgendwie zu präsentieren. Und ja, dann ist es halt so. Also zwei Wasserwerfer stehen bereit. Ja, da freuen sie sich. Die werden natürlich nur eingesetzt, wenn es wirklich nötig ist. Kennen wir ja. Und zum Thema Polizisten, die sich da auch tummeln. Also beim letzten Derby waren es 1000 Polizisten. Und aufgrund der intensiven Planungen müssen am Sonntag nur noch 400 bis 600 Polizisten eingesetzt werden. Also man konnte da Personal reduzieren, weil man so intensiv geplant hat für diese schwere, außergewöhnliche Sicherheitslage, dass man da sogar mit weniger Personal hinkommt. Aber auf was ich noch zu sprechen kommen wollte, ist, dass man halt schon von Beginn an irgendwie so ein Gefühl verbreitet, dass man da mit großen Ausschreitungen rechnen muss. Und es wird halt so viel dafür getan, dass angeblich dann oder dass möglicherweise nichts passiert. Ja, da drängt sich bei mir die Frage auf, will man vielleicht dann doch irgendwie mal zeigen, was diese Geräte, von denen du gerade gesprochen hast, was die so können? Also ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Also es hört sich schon wieder so an, als ob da jede Menge Problemfans aufeinandertreffen werden. Ist mir alles ein Ticken drüber. Ja, nee, es wird halt irgendwie auch schon vor zwei Jahren so hoch gejazzt, als ob es dann in Cannstatt irgendwie Bürgerkrieg gibt. Irgendwie Rot gegen Blau. Das ist ja einfach nicht so. Natürlich ist es richtig und wichtig, dass da halt genug Personal von der Polizei vor Ort ist, um dafür zu sorgen, dass halt die Gästefans einen anderen Weg gehen als die Heimfans und so weiter. Und das ist ja auch bewährt und das klappt auch. Ja, aber alles andere ist dann echt, es ist halt einfach ein Zweitligaspiel. Und das ist jetzt ja nicht irgendwie ein Stadtderby in Buenos Aires oder so. Also insofern, glaube ich, muss man am Sonntag nicht unbedingt jetzt einen großen Bogen um Bad Cannstatt machen. Ich glaube, man kann den Stadtteil dennoch betreten, auch wenn man jetzt kein VfB- oder KSC-Fan ist. Also ja, es ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm, wie es jetzt dargestellt wird im Vorfeld. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe es auch. Der Polizeivizepräsident Thomas Berger sagt Folgendes. Es gibt eine klare rote Linie in Stuttgart. Die lautet, keine Gewalt weder gegen Menschen noch gegen Sachen. Wer Gegenstände zur Vermummung oder Pyrotechnik bei sich hat, wird das Spiel nicht sehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Gros der Besucher überhaupt kein Problem darstellt, sondern nur einige wenige. Klingt aber genau andersrum. Also wenn man die Sicherheitsmaßnahmen, auf die ich jetzt gleich noch zu sprechen kommen werde, sich so durchliest, dann hat man eher das Gefühl, dass man es hier mit ganz vielen Bedrohungen zu tun hat und eine kleine Menge davor schützen müsse. Ja, das ist also schwierig für mich. Auch dieses Thema Pyrotechnik, das wird für mich, ich kann es immer wieder sagen, viel zu hoch gehängt hier an dieser Stelle. Also das wird halt immer in einem Atemzug im Endeffekt damit in Verbindung gebracht, dass da gewalttätige Ausschreitungen stattfinden könnten. Und ich finde, da wird halt was vermengt, was so nicht zusammenpasst eigentlich. Pyrotechnik ist nicht jemand auf die Fresse hauen oder andere Leute verletzen. Genau, wobei man da ja dann aber auch mal zur Einordnung sagen muss, dass wir beim letzten Spiel in Stuttgart es die KSC-Fans auch geschafft haben, um einen high-reigen Spieler irgendwie anzuzünden, weil sie das Zeug aufs Feld geschossen haben, was halt irgendwie kompillager Schwachsinn war. Also das war dann auch wiederum so. Genau, und das finde ich, muss man genauso benennen, wie du es gerade getan hast. Weil das ist für mich der Unterschied. Es gibt halt Idioten, ich glaube, gegen wen war das? Ich glaube, es waren in der Euroleague, als in den Frankfurter Block so Sitzschalen geschmissen wurden. Ja, ja. Und dann später aber die Frankfurter dafür bestraft wurden, mit diesem Verbot zu Aussage spielen fahren zu dürfen in der Euroleague und so. Ist halt auch wieder so ein Thema. Ja, also da muss man natürlich dann vielleicht auch Verständnis aufbringen, dass wenn vom gegnerischen oder von den gegnerischen Fans plötzlich Sitzschalen, jetzt ist das ein anderes Beispiel, aber trotzdem, Sitzschalen in deinen Block geworfen werden und die Polizei da aufmarschiert, dass da eine gewisse Bedrohungslage entsteht, die dann eskaliert. Also das kann ich schon verstehen. Auch wenn ich jetzt Fan wäre bei den Frankfurtern im Block und so, und da würde mir so eine Sitzschale auf die Mütze fallen, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das nicht so cool finden würde. Und Ähnliches, um darauf hinzukommen, sehe ich jetzt hier halt auch beim KSC-Spiel. Da gibt es halt ein paar Idioten, die eben diese Bengalos auf den Platz werfen. Und dass das scheiße ist, das muss man auch klar benennen. Aber ich finde, dann musst du halt die Leute gezielt raussuchen und dafür bestrafen und nicht den kompletten Block oder am besten noch das ganze Stadion, so wie es jetzt ja eigentlich der Fall ist. Jeder wird jetzt hier dafür verurteilt, dass halt von mir aus 15 Idioten eine absolute Vollmeise hatten. Und das geht mir halt auf den Sack. Also das ist etwas, was es auch so nur im Fußball gibt, diese Kollektivstrafen. Also da habe ich null Verständnis für. Auch diese Äußerung, wer Gegenstände zur Vermummung bei sich hat, wird das Spiel nicht sehen. Das heißt im Endeffekt, jeder, der mit dem Schal kommt, weil es halt auch kalt ist, der muss damit rechnen, dass er dann nicht ins Stadion darf oder wie. Klar, oder mit der Atemmaske, weil eventuell wieder Feinstopperlarm herrscht. Das ist eine gute Begründung, ja. Stefan Heim, der Finanzvorstand, sagt übrigens, Derbys sind das Salz in der Suppe. Wir wollen dafür sorgen, dass das Spiel ein Fußballfest wird. Ja, das ist natürlich eine Corporate-Aussage, aber ich kann mal, also meine Meinung dazu ist halt, dass man genau das verhindert mit diesen extremen Sicherheitsmaßnahmen, weil es fühlt sich kein Mensch wohl. Du musst mit extrem langen Einlasskontrollen rechnen, weil halt fünfmal da nochmal kontrolliert wird, ob du jetzt nicht doch noch irgendwie eine Wunderkerze hinten im Schlüpper stecken hast. Das geht mir halt wahnsinnig auf die Nüsse, sowas. Also das sind fünf Bescheuerte. Genau, und im Endeffekt schleppen dann wieder acht Bescheuerte ihre Tubas und Posaunen rein, wie beim Länderspiel. Ja, und das geht dann. Das ist Körperverletzung. Ja, und dazu kommt dann noch, jetzt kommen wir mal zum Sicherheitskonzept, bevor ich jetzt hier alles einzeln aufziehe. Die einzelnen Punkte. Also erstmal wichtig für die Anreise, die Benzstraße, das ist die Straße, die von Untertürkheim nach Bad Cannstatt führt, die ist nur in Richtung Untertürkheim befahrbar. Und wird außerdem zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr komplett gesperrt, weil da findet dann der KSC-Fanmarsch statt. Das ist so ähnlich wie im Relegationshinspiel gegen Union, da wurde diese Benzstraße auch gesperrt für die Union-Fans. Und macht euch auch bitte darauf gefasst, dass die Bahnbrücke in Untertürkheim auch gesperrt werden wird, weil da wollte ich nämlich drüberlaufen. Ich habe praktisch auf der anderen Seite vom Bahnhof geparkt, wollte dann über die Bahnbrücke, über die Fußgängerbrücke drüberlaufen und auf der anderen Seite Benzstraße wieder runter. Und dann standen da auch ein paar Robocops und haben gesagt, nee, das geht nicht, da musst du jetzt bis Bad Cannstatt laufen. Da hast du Pech. Wo ich mir auch gedacht habe, ja, ich habe noch nicht mal einen Schal oder irgendwas, ich habe nichts, lasst mich doch einfach da runter. Also auch da wieder wird das so getan, als ob sofort ein Union-Fan, sobald er jemanden sieht, ohne irgendwie Fan-Untensilen, dass er sofort total durchdreht und den auf die Fresse haut. So kennt man es ja auch. Also nur Tiere unterwegs. Also stellt euch darauf ein, dass es dann natürlich zu größeren Problemen kommen wird rund ums Stadion. Außerdem wird ab Höhekreuzung Martin-Schrenkweg die weitere Fahrt komplett untersagt. Nur Busse und so Gästefans-Neun-Sitzer dürfen da noch durchfahren. Also auch da gibt es keine Durchfahrt zu diesem Parkhaus dann auf der linken Seite am Stadion. Ich hoffe, man kann das ungefähr lokalisieren, was ich hier gerade erzähle. Und ja, man fährt da nicht. Ja, gut, man kann, glaube ich, erstmal grundsätzlich festhalten, zwischen Bahnhof, Bad Cannstatt und Stadion ist VfB-Territorium. Genau. Und zwischen Untertürkheim im Bahnhof und Stadion ist dann quasi KSC-Territorium. Also so ist es ja mal von der Polizei jedenfalls abgesteckt ungefähr. Dann gibt es strenge Kontrollen und ein Taschenverbot im Gästebereich. Das ist auch wieder ein Taschenverbot. Die dürfen keine Taschen in den Gästebereich nehmen. Aber ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, was fanübliche Bauchtaschen sind erlaubt, oder? Du, ich weiß nicht, was eine fanübliche Bauchtasche ist. Waren die da mit so ein ... Ja, so wie jetzt die, weißt du, so Rav Camorra und so, wie die Rapper das jetzt tragen. Oh, ah, okay. Also Bauchtasche, aber nicht um den Bauch, sondern über die Schulter. Dann heißt es auch Schultertasche. Ja, komm, aber ey, also Taschenverbot. So ein Bullshit ohne Scheiß. Guck halt in die Tasche rein und fertig. So KSC-Fans müssen Rucksäcke und Ähnliches an einer Verwahrstelle abgeben. Also dürfen praktisch, du darfst nichts mit reinnehmen. Also gar nichts, null. Das ist halt dein Problem, wenn du da von Karlsruher anreißt und deine Sachen irgendwie unterbringen musst. Da bin ich mal gespannt, ob es genügend Möglichkeiten gibt, Rucksäcke und Taschen irgendwo unterzubringen. Oder ob man die dann einfach, weiß ich nicht, vom Stadion abstellen muss oder sowas. Bin mal gespannt, wie das so läuft. Vielleicht können die ein oder anderen KSC-Fans anschließend darüber berichten. Würde mich sehr interessieren. Dann keine Fahnen im Gästeblock. Hier möchte ich nochmal den Herrn Haim mit reinnehmen, der ja gemeint hat, man möchte ein Fußballfest daraus machen aus diesem Spiel. Aber also im Gästeblock sind keine Fahnen erlaubt. Ist für mich auch sowas. Sorry, also habe ich kein Verständnis. Lass doch die Jungs da die Fahnen mit reinnehmen. Also ich weiß, es geht darum, dass man in diesen Fahnen vielleicht Pyrotechnik verstecken könnte oder die dann wiederum einsetzen könnte, um irgendjemanden damit auf die Mütze zu hauen oder so. Aber es gehört halt zu einem Fußballspiel. Also dann kannst du es gleich direkt sein lassen, wenn du keine Fahnen mehr mit in den Block nehmen kannst. Wenn schon jemals die Gleichung irgendwie korrekt gewesen wäre, keine Fahnen gleich kein Pyro, dann würde man sagen, okay, keine Fahnen. Aber du wirst keine Fahnen haben, aber trotzdem Pyro. Das ist ja einfach so. Das ist so, ja. Und der nächste Punkt, Sebastian, den finde ich am spannendsten. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es da das ein oder andere Hallo geben wird im Stadion. Und zwar für Gästefans gilt zudem, dass auf anderen Tribünenbereichen, außer den Gästeblöcken 61 bis 65, jegliche Gästekleidung untersagt ist. Das bedeutet für alle, die nicht in 61 bis 65 untergebracht sind, sie dürfen überhaupt keine KSC-Utensilien tragen. Ansonsten werden sie entweder umgesetzt, solange es noch Plätze gibt, oder sie dürfen das Spiel nicht mitverfolgen im Stadion. Das ist auch nur Ansage. Bin mal gespannt, wie das durchgesetzt wird. Weil es wird definitiv Fans geben, die in anderen Blöcken mit KSC-Utensilien rumlaufen werden. Ja, und ich meine, wo ist das Problem? Ja, wenn du KSC-Fan bist, dann solltest du eigentlich im Gästeblock sitzen. Aber wir sind ja alle keine wilden Tiere oder Affen oder so. Ich meine, ich weiß noch, in der letzten Zweitligasaison saß auch dann zwei Plätze neben mir einer im Dynamo Dresden-Trikot. Aber wo ist denn das Problem? Natürlich ist es blöd, wenn du halt irgendwo sitzt und um dich rum sitzt und dann irgendwie Zehngäste-Fans oder so. Das war letzte Bundesligasaison, saß ich in der Untertürkheimer Kurve, oder so im Familienblock. Und da waren dann ganz viele Schalke-Fans. Das ist halt auch irgendwie blöd. Aber hey, wenn du jetzt KSC-Fan bist, dann setzt sich halt irgendwo auf die Haupttribüne oder auf die Gegentribüne. Das ist doch jetzt auch nicht so das wirkliche Problem. Und ich frage auch, wie das eigentlich so rechtlich denn eigentlich ist. Also kann mir, gut, der VfB hat Hausrecht. Die können dir wahrscheinlich vorschreiben, was du anzuziehen hast. Aber ja, ich finde das alles schwierig. Möchte aber jetzt nicht bestreiten, dass das auch aus Erfahrungswerten seine Richtigkeit hat. Bevor es da halt irgendwie überall dann zu Streit kommt, weil da jemand im blauen Trikot sitzt. Ja, vielleicht ist es dann wirklich so die pragmatischste Regelung. Aber ein bisschen schräg ist es halt schon. Also, dass es mal einen Vorfall gab, dass ein KSC-Fan in Stuttgart eine auf die Mütze bekommen hat, weil er, weiß ich nicht, auf der Gegend geraten sich darüber gefreut hat, dass der KSC gerade ein Tor geschossen hat. Das halte ich für durchaus möglich. Aber dass das eine gängige Praxis ist. Sogar VfB-Fans kriegen von anderen VfB-Fans ein, auf die Mütze, weil sie irgendwas gesagt haben. Das ist durchaus möglich. Aber das ist nicht gängige Praxis. Und dann muss ich halt hier auch wieder ganz klar sagen, das Gros der Fans geht nicht ins Stadion, um sich auf die Fresse zu hauen. Natürlich, ich meine, wenn ein KSC-Fan in der Kanstatter Kurve oder so sich rumtreibt, das funktioniert nicht. Aber wenn der, wie gesagt, auf der Gegend geraten oder auf der Untertürkamer sitzt oder so, das interessiert keine alte Sau. Also wenn er sich dann nicht, wie gesagt, aufführt wie der letzte Vollidiot. Aber ich meine, jetzt hat er halt nichts an und freut sich jedes Mal, wenn der VfB über das Tor ballert. Und wenn es dann in der 60. Minute ein Tor gibt für den KSC, dann wird er wahrscheinlich auch aufstehen und jubeln. Was ist dann? Genau, der hat dann vielleicht auch kein KSC-Triko an, sondern ein blaues T-Shirt. Also ein bisschen gibt es ja auch noch, oder es gibt ja auch noch andere Fans, die dann um irgendwelche Problemfans, sage ich jetzt mal, herumsitzen. Und wenn es dazu käme, dass irgendein VfB-Fan der Meinung ist, jetzt einen KSC-Fan auf die Fresse hauen zu müssen, weil der, weiß nicht, so einen alten Hut auf hat vom KSC. Also ich wäre dann so, dass ich sagen würde, hey Junge, komm mal runter. Und würde eher einen Ort noch rufen und sagen, das ist vielleicht jetzt hier nicht der richtige Ort für einen KSC-Fan, um hier noch länger zu bleiben, weil, was weiß ich, Stimmung aufgeheizt oder so. Aber immer davon auszugehen, dass es immer gleich zum Äußersten kommt, ich finde das echt gefährlich, weil du da die Fußballfans für sich in so eine Rolle steckst, in die wir gar nicht stecken wollen und auch gar nicht stecken müssten. Ja, also der absolute Großteil der Fans geht nicht ins Stadion, um sich auf die Fresse zu hauen. Das ist wirklich ein geringer Teil, wahrscheinlich weniger als die, die im Oktober bei uns aufs Volksfest gehen und sich da in irgendwelchen Bierzeiten die Krüge an die Köppe schmeißen. Ja, das sagt man ja auch nicht, alle, die mit Trachten kommen, die kriegen erstmal einen auf die Gosch und dürfen nicht mehr in irgendwelche Zelte rein. Ja, da wird es halt auch toleriert. Und im Stadion ist das lange nicht so extrem, wie man es jetzt hier darstellt. Das geht mir echt auf den Sack. Ja, da ist halt die Frage, brauchst du da vielleicht auch mal irgendwie andere Konzepte, ne? Also es gibt ja, glaube ich, sowohl auf VfB-Seite wie vermutlich auch auf KSC-Seite genug Leute, wie zum Beispiel uns beide, die halt wirklich diese sportliche Rivalität wirklich pflegen, aber irgendwie keinerlei Intention haben, sich gegenseitig an die Gurkel zu gehen. Und muss man dann vielleicht sagen, hey, man macht halt irgendwie zwei Blöcke auf der Gegend gerade zu gemischten Blöcken oder so, ne? Und sagt, hey, da könnt ihr rein und da sitzen VfB-Fans und KSC-Fans und ihr dürft euch gegenseitig beschimpfen, aber ihr dürft ja nicht an die Gurkel gehen, ne? Also kriegt ihr das hin? Also weiß ich, aber ich finde, wie du sagst, das ist halt irgendwie schwierig und ich weiß halt nicht, ob das 2019 auch noch so zeitgemäß einfach ist. Ja, es war es nie und es hat ja auch funktioniert, als es diese ganzen Vorkehrungen nicht gab. Also es ist nicht mein erstes Derby und es gab immer mal wieder eins aufs Maul. Irgendwelche Leute haben sich da immer mal getroffen und haben sich auf die Fresse gehauen. Das war schon immer so, aber nie in einer Art und Weise, wo ich jetzt dachte, du kannst nicht mehr ins Stadion gehen, weil du musst damit rechnen, dass du eins aufs Maul kriegst oder so. Also das gab es noch nie, noch wirklich noch gar nie. Und von daher finde ich, dass man es hier eher provoziert und die Stimmung künstlich fast schon anheizt und dem Ganzen mehr Beachtung beimisst, als es nötig ist. Also ich finde es ja okay, dass man von mir aus da nochmal 100 Leute zusätzlich mitnimmt oder von mir aus auch 200 Leute, um das Ganze irgendwie in den Griff zu bekommen, sollte es nach oder vor oder von mir aus auch während dem Spiel zu irgendwelchen Ausschreitungen kommen. Aber von vornherein schon so an die Sache heranzugehen, finde ich echt extrem. So, dann gibt es natürlich noch den Pufferbereich, über den haben wir schon gesprochen. Rund um den Gästebereich wird eine Pufferzone eingerichtet. Ja, das ist dann sozusagen die No-Go-Area für alle. So, dass das Stadion an dem Tag nur 56.880 Zuschauer fassen wird. Rund 2.000 weniger als beim vergangenen Derby. Nochmal Stefan Heim, der vom Fußballfest spricht. Ja, also da gibt es dann praktisch, wie gesagt, extra Zonen, wie sonst bei irgendwelchen osteuropäischen Gangfights, die man nicht betreten darf, weil ja ansonsten die gegnerischen Fans total eskalieren würden. und ja, ich weiß nicht, Menschen töten am besten noch. Genau, aber ich glaube trotzdem tatsächlich, dass das Erlebnis des Spiels doch ein wenig getrübt wird, wenn du halt direkt neben dem KSC-Gästeblock stehst. Also ich habe heute ja noch mal kurz das Video von Conor Sullivan angeguckt und ja, das ist auch nicht jetzt irgendwie, also es sei denn, du stehst auf Sofas und schimpfst halt gerne zurück und benutzt gerne deinen Mittelfinger und so weiter. Aber das weißt du doch. Du kaufst doch keine Karten direkt neben dem Gästeblock beim KSC. Aber waren das nicht die Karten, die jetzt irgendwie, also direkt neben der Puppertzone, die jetzt direkt irgendwie dann im Bundle dann verkauft wurden und so weiter? Das wäre so der Hammer gewesen, wenn der VfB wirklich die Karten direkt neben dem KSC-Block im Bundle verkauft. Hier, das ist mir die ganzen Idioten, die ein Schnäppchen machen wollen, damit sie nie wiederkommen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber jetzt mal ehrlich, wenn du Tickets kaufst für so ein Spiel, ja, du, also ich meine, wenn du null Ahnung hast vom Fußball, wirklich noch nie bei einem Fußballspiel warst, dann weißt du trotzdem, dass es eine gewisse Rivalität zwischen Badnern und Württembergern gibt. Und wenn dann die beiden, sozusagen Hauptstädte dieser beiden ehemaligen Bundesländer aufeinandertreffen, dann kann ich davon ausgehen, dass es da vielleicht etwas hitziger zugeht. Und wenn ich dann, sag mal jetzt, im VfB-Trigo mich irgendwo platzieren möchte, dann mache ich das nicht direkt neben dem Gäste-Fan-Block. Das würde ich noch nicht mal machen, wenn, was weiß ich, Osnabrück da spielt. Also so wäre ich halt. Ich würde mich dann niemals direkt neben dem Gäste-Block setzen, weil es würde mich schon auf den Sack gehen, die ganze Zeit dieses Geleier da zu hören zu müssen. Ja, also man stelle sich nur vor, man sitzt 90 Minuten neben dem Union-Block. Da wird man ja ganz bekloppt in der Birne von diesen mantra-artischen Gesängen. Also, ja, also ich, also, naja, gut. Sollen sie ihren Puffer-Bereich haben, komm. Aber was wirklich nicht geht, ist, im Stadion wird kein Alkohol ausgeschenkt. Da hört der Spaß auf. Wie sollen wir das denn sonst ertragen, diese Hin- und Herschieberei? Ja, das stimmt. Und dann, ich meine, noch schlimmer als kein Alkohol ist ja Kronbacher, also. Nee, aber gab es das zuletzt mal kein Alkohol im Stadion? Nee, ich glaube, bei den Hochrisikospielen ist es eigentlich immer so, dass kein Alkohol ausgeschenkt wird. Ich trinke ja nie was. Und zuletzt, ich glaube, bei der Mitgliederversammlung gab es auch kein Alkohol. Das war ja quasi auch so eine Art Hochrisikospiel. Ja, das ist immer ein Hochrisikospiel, das man spätestens seit WLAN geht. Gut, dann Fan-Trennung soll strikt eingehalten werden. Das haben wir ja schon thematisiert. Deshalb wird auch der Schwarzmarkt streng überwacht. Wir haben ja recht, wenn das immer der Fall wäre und nicht nur bei Hochrisikospielen. Dann gibt es vielleicht auch nicht solche Szenen wie beim Relegationsspiel, dass man stundenlang um eine Karte bettelt und währenddem man in der Watteschlange hängt, kann man schon für 1.893 Euro zwei Plätze in der Türke am Kurve erwerben. Gut, Stadioneröffnung zwei Stunden vor Anpfiff. Das ist sozusagen die Möglichkeit für euch, rechtzeitig im Stadion anzukommen, weil ich gehe wirklich davon aus, wenn man kurz vor knapp da einläuft, dann wird es knapp mit den ganzen Kontrollen. Und ich persönlich versuche, um zwölf schon da zu sein. Lieber stehe ich da irgendwie noch eine Stunde irgendwo rum und langweile mich, als dass ich dann ärgernd, weiß ich nicht, auf irgendeiner Bahnbrücke stehe und von Robocops nicht zum Stadion gelassen werde, weil gerade noch vier KSC-Fans über die Benzstraße laufen. Gut, also Sebastian, das sind so die Rahmenbedingungen rund ums Derby, relativ ausführlich von uns jetzt bearbeitet. Ich hoffe, es war für euch nicht allzu langweilig, aber ich fand das eine oder andere doch ganz interessant, was wir jetzt hier besprochen haben. Ja, nachdem wir nach letzter Folge massiv Kritik geerntet haben, dass es so kurz war, haben wir uns jetzt auch die Zeit genommen, das mal ausführlich zu beschreiben. Ich sehe gerade, bei der letzten Derby-Niederlage, du hast das hier bei uns eingetragen, hat Thomas Heinal sogar ein Tor geschossen. Das einzige Tor, das einzige Tor. Wahnsinn. Wie gesagt, Thomas Heinal hat das einzige Tor geschossen und beim VfB in der Startelf Mario Gomez, der am Sonntag die Chance hätte, auch wieder in der Startelf zu stehen, was dann vielleicht kein gutes Oben wäre, und Thomas Hitzelsberger, der uns aber auf Twitter schon versichert hat, dass er am Sonntag nicht auflaufen wird und dass deshalb die Chancen auf den Heimsieg relativ gut stehen. Wobei ich mir den ein oder anderen Distanzschutz schon wünschen würde. Ja, das habe ich auch gedacht. Von daher wäre es vielleicht doch nicht so schlecht. Ich glaube, wahrscheinlich da konditionelle Defizite, aber ja, was Distanzschüsse angeht, die irgendwie unserem Spiel aktuell so komplett abgehen, da wäre er vermutlich echt eine Bereicherung. Startelf ist ein gutes Thema. Kommen wir nämlich mal zu unserem Startelf-Tipp und müssen noch aufklären. Sebastian, vom letzten Spieltag in Osnabrück unser Geniestreich, der uns da gelungen ist, denn wir beide hatten alle elf richtig getippt. Zum ersten Mal in dieser Saison haben wir elf von elf Spielern richtig vorhergesagt. Ich weiß nicht, ob wir darauf stolz sein können. Das wollte ich gerade sagen. Wir haben ja verloren und deswegen weiß ich gar nicht, ob wir jetzt stolz drauf sein können, weil hätten wir jetzt irgendwie nur sieben von elf richtig hätten wir sagen können. Naja, hätte Tim Walter so aufgestellt, wie wir es gewollt haben, hätten wir auch gewonnen. Aber so ist es etwas zwiespältiges Gefühl. Wir verbuchen es als guten Schnitt, also dass wir dann was für unseren insgesamten Schnitt getan haben, sozusagen. Also das ist das, was ich jetzt hier mitnehme. Ansonsten gibt es wenig Positives über diesen Spieltag nachzutragen. Gut, dann kommen wir mal zum Startelf-Tipp für das Spiel gegen den KSC. Ja, ich lasse dir den Vortritt. Abwehrmäßig wird es wahrscheinlich nicht ganz so spannend, aber schieß mal los. Also im Tor sehe ich ganz klar natürlich Gregor Kobel. Der hat ja auch schon gesagt, der sich aufs Derby sehr, sehr freut. Insofern erwarte ich natürlich auch eine 1A-Leistung, wie bisher eigentlich immer in der Saison. Ja, und die anderen Positionen in der Verteidigung sind ja relativ schnell besetzt. Also Holger Badstuber ist, glaube ich, für mich auch echt so ein Derby-Typ. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, in der Relegation dann in Berlin mit Turban und schwer blutend und so weiter. Also Holger Badstuber auf jeden Fall. Marc-Oliver Kempf auch als Kapitän, obwohl, ich weiß gar nicht, ist der in Baden geboren, hat er lange für Freiburg gespielt. Nee, der ist Hesse. Ah, okay. Also ich glaube, Marc-Oliver Kempf ist Hesse. Gucke ich gleich nach. Du erzählst mir weiter. Also egal, aus welchem Bundesland der kommt, er ist bei mir gesetzt. in Verteidigung Badstuber-Kempf rechts the one and only Pascal Stenzel und links sehe ich auch wieder Gonzalo Castro, weil Buonasosa scheint noch nicht fit zu sein. Selbst wenn er jetzt fit wäre, wäre, glaube ich, das nicht das Spiel, wo ich ihn dann unbedingt wieder gleich reinwerfen würde. Ja, und mehr Optionen haben wir jetzt ja eigentlich nicht. Also klar, in Zua noch, aber der ist für mich aktuell auch sehr weit weg von der ersten Elf, wie es aktuell scheint. insofern Castro, Kempf, Badstuber, Stenzel. Also der Herr Kempf kommt aus Lich, das ist in der Nähe von Gießen, also in Hessen, haben wir das auch kurz hier geklärt. Dann, dann, dann ist er völlig neutral. Dann darf er spielen. Also abwehrmäßig bin ich da absolut bei dir, Stenzel, Badstuber, Kempf und Castro. Ich würde mir wünschen, wir hätten noch eine Alternative auf der linken Seite, aber ich sehe die aktuell nicht. In Zua, na, er hat jetzt gegen Zürich eine Halbzeit gespielt. Übrigens, ein kleiner Funfact am Rande. Es gab einen Spieler, der wurde einmal ausgewechselt und wieder eingewechselt gegen Zürich. Echt? Ja, wer denn? Wer könnte das wohl sein? Aber der hat angefangen, wurde ausgewechselt und noch mal eingewechselt. Ja. Keine Ahnung. Santi. Echt jetzt? Ja, ich gucke gerade und sehe, dass Santiago Ascaciba in der 46. Minute ausgewechselt wurde, also sprich in der Halbzeit. Da kam dann Gonzalo Castro für ihn rein und in der 67. Minute wurde Atacan Carasor ausgewechselt und für ihn kam Santiago Ascaciba in die Partie. Also, hat Santi wahrscheinlich gesagt, ich muss noch mal rennen, Coach, lass mich noch mal auf das Feld. So wie in einer D-Jugend irgendwie, wo man irgendwie mehr oder weniger fliegend gewechselt hat und so. Großartig, ja. Also, ist das vielleicht sogar schon ein Hinweis auf die sechs? Dann sind wir nämlich direkt im Mittelfeld. Da ist ja jetzt erst mal die Frage, spielen wir weiter mit dem Angelotti-System oder gehen wir zurück zum 4-4-2? Hast du da eine Tendenz? Ehrlicherweise noch nicht. Man tendiert ja automatisch dazu, irgendwas anders machen zu wollen und jetzt haben wir ja lange Zeit gesagt, der Tannenbaum, der ist es und jetzt hat der Tannenbaum halt auch nicht funktioniert. Jetzt ist jetzt die Frage, geht man jetzt zurück auf das System von der ersten Saisonhälfte. Ah, schwierig, schwierig. Ja, für mich ist das Hauptproblem, dass eigentlich ja die Chancen kreiert werden. Also, du hast Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen, aber machst die dann nicht. Also, ist ja auch egal, wer dann da vorne steht, das ist ja nicht nur Nico Gonzalez, das ist ja auch ein Philipp Förster, Philipp Klement, die treffen alle irgendwie die Bude nicht. Bei Santi drücke ich beide Augen zu, der hat schon ein Tor erzielt und hatte so viele Chancen wie in den Jahren zuvor zusammen. Also, von daher bin ich da schon sehr zufrieden. Deswegen, es ist halt echt schwer zu sagen, wen ich jetzt rausnehmen würde und wen ich dann auf der Bank habe, der es besser machen könnte. Ja, das ist für mich das Hauptproblem. Also, ich presche jetzt mal vor. Okay. Ich spiele mit einer Raute im Mittelfeld. Ja, da intendiere ich nämlich auch. Und ich spiele mit einer Sechs und das ist bei mir Mangala, obwohl der jetzt auch nicht, oder nicht wirklich gut war gegen Osnabrück, aber der, der kann's. ist, also ich würde den vielgescholtenen Karasor auf die Bank setzen und würde Orel Mangala als einzige Sechs bringen, wird dann rechts in der Raute mit Philipp Förster spielen und links in der Raute, obwohl es natürlich nicht seine Position ist, mit Aska Sieber, weil er halt gegen Dresden getroffen hat und gegen Osnabrück eine Chance hatte und jetzt gegen den KSC treffen wird. Stopp, jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil jetzt war ich gerade so konzentriert auf meine Aufstellung, dass ich vergessen hab, wen du, also Sechs ist Mangala und dann rechts ist Mittelfeld. Philipp Förster. Förster. Links, ähm, Santi. Santi. Und mein Didavi macht dann Philipp Klement. Philipp Klement, okay, sorry, äh, ich hab nämlich die ganze Zeit überlegt, wie würde ich das jetzt lösen, weil ich dachte mir dann so, entscheidend wird der wahrscheinlich sein, wer dann gegen Manizek spielt. Also das könnte wirklich ein absolutes Schlüsselduell werden. Ja. Und da wäre schon so ein Santi, glaube ich, der richtige Gegenspieler. Also ein giftiger Hund, der sich dann die ganze Zeit einfach kaputt machen möchte und dir keine Sekunde Zeit gibt, ähm, ja, Entscheidungen treffen zu können. Das, das könnte funktionieren, sag ich dir ganz ehrlich. Also das ist so mein Gefühl. Deswegen tendiere ich ein Stück weit zu Aska Sieber auf äh, die Sechs. Schwanke aber zwischen Aska Sieber und Mangala. Also Karaso ist für mich raus. Ja. Erstmal, weil er mich halt einfach in Osnabrück schon sehr enttäuscht hat. Weil ich dachte, es geht jetzt so ein bisschen aufwärts. Er hat jetzt die zwei Jungs neben sich, Mangala und Aska Sieber, hat dann bessere Möglichkeiten, kann seine Stärken besser einbringen. Aber, ja, dann war es halt wieder eher nur Durchschnitt und das ist mir zu wenig gewesen. Also das hat mich nicht überzeugt. Deswegen gehe ich jetzt hier auf Santi, auf der Sechs. Aber dann geht es gleich wieder schwer weiter. Also Förster ist für mich gesetzt. Ist für mich noch der gefährlichste Spieler aktuell im Kader. Klement, ich habe nicht verstanden, warum, warum, ähm, Tim Walter den in Osnabrück ausgewechselt hat. Also, für mich müsste der auch spielen, weil er noch einer der Spieler war, die so ein bisschen Gefahr ausgestrahlt haben. Klar, er trifft momentan irgendwie die Bude nicht, aber er sorgt halt für viele Chancen. Also er bereitet viele Torschüsse vor, schließt selber oft ab. Also den willst du eigentlich auch auf dem Platz haben. Nö, das ist der Einzige, der die Davi ja ansatzweise ersetzen kann, weil sonst hast du echt niemanden mehr im Kader, der so zentral kreativ irgendwie noch was, was reißen könnte. Ich meine, der Bold Move wäre halt wirklich Klimowitz nochmal reinzuwerfen, der das richtig gut gemacht hat im Oberligaspiel, aber es ist natürlich nur die Oberliga. Ja. Aber ich, ich finde den Klimowitz echt nicht so schlecht, dass, dass man jetzt davon sprechen müsste, dass er in der, in der ersten Mannschaft nichts zu suchen hätte oder so. Das ist für mich jetzt kein klassischer Oberligaspieler. Das ist schon jemand. mit, mit Klimowitz und, und, und Massimo und vielleicht sogar Endo wirklich noch Leute, die du eigentlich von der Qualität her jederzeit reinwerfen könntest, auch von Anfang an, aber vielleicht nicht gerade im Derby halt, ne, würde ich jetzt sagen, aber vielleicht denkt Tim Walter da auch ganz anders. Ja, Endo ist ein bisschen raus, weil er natürlich erst, ich glaube, am Donnerstag ankommt. ah, der war unterwegs, okay, das muss ich nicht verletzen. Der spielt heute noch in, in Japan gegen Winnetso wieder. Ne, morgen spielt er sogar noch in Japan gegen Venezuela, also das kannst du knicken, aber, ich tue mich so schwer mit diesem Scheiß-Mittelfeld. Ja, weil, wie du sagst, das sind gute Spieler, aber, was macht der Walter da? Ja, also komm, Santi auf der Sechs, da muss der eigentlich genau das gleiche, was du gesagt hast, auch machen, dann spielt er halt Mangala auf rechts und auf links spielt Förster oder andersrum und, und, und Klemen dann auf der Zehn, das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er genau das macht. Aber da muss ja das System Walter auch dann flexibel genug sein, dass du sagst, egal ob jetzt Mangala auf der Sechs und Asuka Sieber auf dem Flügel, dass die auch jederzeit tauschen können, wenn du sagst, du willst halt dem Warnicek einen auf die Füße stellen, ne, also dann, ich meine, das wäre natürlich auch sinnvoll, aufgrund dessen, dass der KSC, ich hab's ja vorhin gesagt, dann oft auch variiert, was die Formation angeht und dann wäre es halt gut, wenn du die Möglichkeit hast, was weiß ich, Mangala noch mit nach hinten zu ziehen oder, ähm, ja, Beispiel jetzt Santi dann doch weiter aufrücken zu lassen und dann rutscht halt, von mir aus kämpft noch eins vor, der schaltet sich ja auch oft mit ins Mittelfeld ein, also, bist natürlich ein bisschen flexibler mit Mangala und Santi in der Startelf, aber pass auf, ich mach jetzt wieder was Verrücktes und auch da nehm ich das Testspiel gegen Zürich, ähm, zurate und zwar gab's ein, ne, es gab sogar drei Spiele, die komplett durchgespielt haben, aber einen, auf den möchte ich mich jetzt besonders fokussieren und zwar Roberto Massimo, so, den nehm ich hier mit ins Boot, das ist ein schneller Spieler, ein wendiger Spieler und der könnte vielleicht dann auf der rechten Seite, sprich auf der Karlsruher linken Abwehrseite für Probleme sorgen, weil da, ähm, fehlt dem KSC, glaub ich, so ein bisschen die Qualität, natürlich geht das jetzt krachend schief, wenn ich das so sage, aber ich, und dafür lässt du jetzt Mangala draußen, also ich sag mal so, überzeugt hat er mich in den letzten Spielen definitiv nicht, ne, 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 also, das ist mein Problem, ich würde nicht intervenieren, wenn du ihn erstmal auf die Bank setzt, und er ist halt auch schon wieder mit der Nationalmannschaft weg, also es ist halt auch wieder nicht, er hat nicht die Möglichkeit, sich wieder zu, zu präsentieren, äh, im Training und so und weiter spricht er immer davon, dass er die Trainingseindrücke immer sehr, sehr hoch den Spielern dann anrechnet, je nachdem, wie die so sind und da hat halt einfach dann Mangala jetzt den Nachteil, dass er wahrscheinlich erst am Dienstag oder am Mittwoch wieder zurückkommen wird, also dann auch erst wieder mit der Mannschaft trainiert, wobei die am Sonntag und am Montag eh nicht trainiert haben, aber jetzt eben wieder eine Woche gefehlt hat. Komm, ich sag Massimo, weil der hat das auch nicht so schlecht gemacht, äh, bei seinen, äh, bei seinen Einsätzen, die er hatte, aber er hatte natürlich seine Defizite, gar keine Frage, gegen Kiel, das, das war nicht besonders gut, aber es lag auch nicht nur an ihm, würde ich, würde ich jetzt mal so behaupten. Also Massimo. Aber jetzt von, von Askasiba, Karasor, Mangala auf nur im Askasiba ist natürlich auch, äh, nicht ganz ohne, also, äh, das würde ich, glaube ich feiern, wenn es so kommt. Ja, vor allen Dingen dann auch mit Förster und Klement vorne drin, da geht da richtig die Post ab, also entweder steht es dann nach, nach 45 Minuten 4 zu 0 oder 0 zu 4. Ja, oder 4 zu 4, ja. Ja, oder 0 zu 0 bei unserem Sturm. Das ist wahrscheinlich, dass es so kommt. Also das ist natürlich jetzt schon hier ein Mittelfeld, dass ich, also ich würde es so nicht aufstellen. Also, sag ich mal, wie, du hast es gerade so aufgestellt. aber ich muss ja denken wie Tim Walter. Ich würde, ich persönlich, würde mit Stenzel, Badstuber, Kempf, Castro? Ich muss, den will ich da nicht sehen. Aber ich würde halt auch, Insua, ich würde mit Insua lange sprechen. Mit so, würde mit ihm so einen Tee trinken, da so einen argentinischen. Mate, ja. Mate-Tee, genau. Und dann würde ich noch vielleicht mit ihm eine Sportsigarette rauchen und dann geht es auch wieder. Dann würde ich sagen, so, äh, Poccio, jetzt zeigst du mal hier den, den Karlsruher und was ein Richtiges. Genau, du bist der Einzige, der beim letzten Derby dabei war. Du, du bist jetzt mein Leader. Genau, du trägst den Pokal sozusagen in dir, also verteidigt ihn. So, der spielt auf links. Dann würde ich ins Mittelfeld den Herrn Castro beordern, auf die rechte Seite. Auf die linke Seite, würde ich, würde ich, ich glaube, ich würde Koulibaly da mal eine Chance geben. Oh. Weil auch er ein paar Mal jetzt schon gezeigt hat, auch wieder nur Oberliga, aber er kann das halt besonders gut, diese, diese Läufe, dann mit einer Flanke irgendwie Gefahr erzeugen, beziehungsweise spielt er auch da gute Pässe. Ich weiß, das ist alles Oberliga, aber komm, scheiß drauf, dann gibt diesen Jungs doch auch mal die Möglichkeit. Angeblich sind die doch so nah dran. Das führen wir ja die ganze Zeit. Also wenn es dann wirklich so ist, also, ob jetzt Koulibaly den Ball nicht in die Mitte bringt oder Nico Gonzalez den dann versemmelt, kommt ja am Ende aufs Gleiche raus. Ja, das ist wohl wahr. Ich würde halt einfach mal was Neues probieren, um über Außen für Gefahr zu sorgen. Also wenn ich weiß, der KSC ist halt anfällig über die Außen, dann musst du halt auch Spieler bringen, die genau das ausnutzen können. Auch wenn Tim weiter sagt, ich achte nicht darauf, was meine Gegner so machen, sondern ich konzentriere mich nur auf mich. Aber ey, das ist im Endeffekt hier, ja, ein Vorteil, den du ausnutzen kannst. Dann musst du das auch machen. So sehe ich es. Und das sehe ich halt eben nicht, wenn ich so aufstelle, wie ich es jetzt getan habe. Außer Massimo, ja, der wäre dann der Spieler überreicht, der da vielleicht was bringen könnte. Aber ansonsten, wenn du halt klassisch aufstellen würdest, so wie du es jetzt auch gesagt hast, mit Förster, Santi und Klement, hast du halt wieder ein extrem zentrumlastiges Spiel. Und dann gehe ich halt davon aus, dass der KSC sich da relativ bequem darauf einstellen kann, die Dinger hinten rauswämpft und darauf hofft, dass sie möglichst viele Flanken schlagen können oder halt dann eben Eckbälle bekommen oder Freistöße oder sowas. Also das ist mir zu ausrechenbar. Deswegen würde ich da versuchen, irgendwie eine neue Komponente mit reinzubringen. Sei es durch Kulibali oder Klimowitz oder so. Weil die Jungs echt richtig gut spielen, wenn ich sie sehe. Genau. Ich bin da voll und ganz bei, dass man sagt, ey, wir müssen mal irgendwas ändern. Bin halt irgendwie immer noch unschlüssig, ob das jetzt das Spiel ist, wo wir das ändern müssen. Und dann schmeißt du halt irgendwie einen Klimowitz oder einen Kulibali oder irgendeinen anderen rein und dann wissen die gar nicht, wie ihnen geschieht, weil sie da gar nicht wissen, was da auf sie zukommt. Also mal vorausgesetzt, das Spiel ist halt wirklich besonders intensiv. Vielleicht ist es ja auch ein Spiel wie jedes andere auch. Das wird das langweiligste Derby. Keine Fahnen, keine Büro. Ja, weiß man ja nicht halt. Aber ich denke schon, dass da die erfahrenen Kräfte ein Stück weit gefordert sind. Und wie du auch sagst, dann vielleicht auch ein Insur, der beim letzten Mal dabei war und weiß, was da abgeht. Also, wenn du von erfahrenen Kräften sprichst, dann gehe ich bei dir vom Ochsensturm aus. Gommes und Al-Ghadoui. Nee, das ist mir dann viel zu ausrechenbar. Mein Sturm heißt, González-Al-Ghadoui. Okay. Adi G und Nico G, oder wie man das sagen kann. Genau, Hauptsache G. Die beiden Gs vorne im Sturm, einen statisch. Ich sehe da halt Al-Ghadoui, der da irgendwie vorne am 5-Meter-Raum lauert. Und González, der wie wild um ihn rumkreiselt und die beiden Schränke in der Innenverteidigung vom KSC da irgendwie ganz kiere macht. Auch hier lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und stelle Mario Gommes auf. Ja, auch wenn, ich denke jetzt wie weiter, nicht wie ich aufstellen würde, aber ich stelle Mario Gommes auf und Nico González. Als argentinischer Nationalspieler musste von Beginn an im Derby ran. Das geht nicht anders. Ja, bin mal gespannt, wie es dann letzten Endes kommt. Interessante Aufstellung, lieber Sebastian. Ja, total, total. Oh Mann, ich vermassel mir den ganzen Startelf-Tipp mit, weil ich immer irgendwie was Besonderes machen will, was am Ende dann in die Hose geht. Aber sei es drum, man muss auch manchmal was riskieren. Gut, also Startelf-Tipp ist durch. Jetzt muss ich mal kurz meine Notizen wieder hochholen, die ich hier zur Seite geschoben habe, weil ich so konzentriert bei der Startelf-Geschichte zugange war, dass ich fast das Thema Sascha Karajcic überlesen hätte. Genau, weil wir gerade beim Thema Sturm waren. Genau. Der würde uns mit Sicherheit ganz gut zu Gesicht stehen. Wobei, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Er hat ein paar interessante Sachen in einem langen Kicker-Interview gesagt, die ich ganz kurz anreißen möchte. Nicht das komplette Interview, aber ein paar Sachen, wie gesagt, fand ich ganz interessant. Zum einen war natürlich die Frage, wann wir mit seiner Rückkehr rechnen dürfen. Und da hat man sich ja schon so ein bisschen erschrocken, als man die Antwort las. Ich lese mal kurz vor, was er da so zum Besten gegeben hat. Das werde ich aktuell sehr oft gefragt. Schwer zu sagen, weil es eine schwere Knieverletzung ist. Anfangs hieß es, Anfangs hieß es sechs bis acht Monate. Jetzt scheinen die acht Monate realistisch. Das würde bedeuten, dass ich etwa im März wieder fit wäre. Das habe ich im Blick, aber ich will mir keinen Druck machen. Das wäre kontraproduktiv und würde im schlimmsten Fall die Gefahr einer erneuten Verletzung erhöhen. Ja, also, man hat ja schon so ein bisschen darauf gehofft, dass er vielleicht, ja, dann wirklich so nur sechs Monate ausfällt. Jetzt deutet er schon an, man sollte eher mit acht Monaten rechnen, bis er dann wirklich wieder voll auf dem Damm ist. Wird schwer, dass der noch groß in Erscheinung treten wird, selbst zum Ende der Saison. Es käst mich ein bisschen an, weil ich habe Bock auf den Spieler. Total, aber ja, der ist ein junger Spieler, hat seine erste richtig, richtig schwere Verletzung und ja, normalerweise sagst du ja irgendwie dann in der Vorbereitung Kreuzbandriss, dann kannst du sagen, okay, Hinrunde gelaufen, Rückrunde vielleicht ein Thema, aber er hatte ja nicht nur einen Kreuzbandriss, sondern auch noch einen Innenbandriss und einen Außenbandriss. Meniskus auch. Genau, und dann war ja eigentlich, also hat ich für mich schon gesagt, also die Saison, die kann man eigentlich abhaken. Das ist so dieser klassische Fall, am 30. Spieltag in der 80. Minute eingewechselt, sammelt seine ersten Minuten. Aber dass er dir wirklich noch hilft, das kann man halt von ihm nicht erwarten und auch generell nicht erwarten. Also da müsste echt schon alles ganz gut laufen. Ja, und das ist irgendwie total tragisch, weil er irgendwie eine komplette Saison verliert. Aber ja, ich glaube, wäre natürlich auch irgendwie verheerend, jetzt ihm irgendwie Druck zu machen und zu sagen, hey, du musst jetzt unbedingt spielen, denn wir brauchen dich, denn so ist es ja auch nicht. Insofern sollte er das ganz in Ruhe auskurieren und ich finde die Politik, die der VfB da aktuell fährt, jetzt auch mit Borna Sosa, der seine Gehirnerschütterung in aller Ruhe auskurieren kann, was total wichtig ist, finde ich gut. Also gebt den jungen Spielern doch alle Zeit der Welt, dass die halt dann wieder spielen, wenn sie sich dazu bereit fühlen und dann auch wieder ihre Leistung bringen können und nicht irgendwie so früh wie möglich aufs Feld schicken und dann gibt es irgendwelche Anschlussverletzungen oder Rückschläge und so weiter, sondern dann, ja, muss man halt die Geduld halt mitbringen. So ist es dann halt. Ja, da bin ich ganz bei dir. Er ist mir halt unheimlich sympathisch, also immer, wenn du Interviews mit ihm siehst. Ja, es ist ein richtig bodenständiger Junge und ja, das meine ich halt. Ich habe Bock auf den, ich will den spielen sehen, ich will auch endlich wissen, wie gut ist er eigentlich und dazu vielleicht auch noch ganz interessant, er wurde auch gefragt, ja, warum es momentan beim VfB vor dem Tour nicht so gut läuft und ob er dann vielleicht als Torjäger weiterhelfen könnte und ob er sich auch selber als Torjäger bezeichnen würde. Und da fand ich die Antwort ganz interessant, da meinte er nämlich, jein, ich war nie der klassische Stürmer, habe alle Positionen im Mittelfeld begleitet, die sechs, die acht, die zehn, heute würde ich mich mehr als Mischung aus diesen Positionen sehen. Also, klingt auch wieder nach einem Spieler, der ein bisschen Wiese vor sich haben möchte und eben da nicht die Lösung schlechthin im Sturm wäre. Hatte ich so auch noch nicht auf dem Schirm, weil er, glaube ich, auch bei der U21-EM war es genau, dann doch ein klassischer Stürmer war für Österreich, meine ich mich zu erinnern. Ja, genau, das fand ich auch interessant, dass er nicht sagte, ja, als wenn ich jetzt komplett fit gewesen wäre, jetzt nach 13 Spieltagen hätte ich mindestens sieben Tore oder so, sondern er sagt ja auch, na gut, er ist mehr der Vorbereiter, jemand, der mehr von hinten kommt, Sachen dann vielleicht auch vorbereitet, dann schon eine gewisse Abschlussstärke hat, aber jetzt nicht der ist, der halt den letzten Pass braucht, um dann zu vollenden und dann fragt man sich ja schon in der grundsätzlichen Kaderplanung, wer soll denn in dieser Saison für den VfB die Tore machen und dann scheint es ja schon so zu sein, dass das vielleicht dann Mario Gomez war und er macht es halt einfach nicht und Nico Gonzalez hat seine Abschlussschwäche noch nicht so wirklich abgelegt, Al-Ghadoui hat seine Abschlussstärke, die er in Regensburg hatte, noch nicht so richtig gezeigt und Sascha Leitschitsch sagt von sich selbst, er ist halt auch nicht so der Vollstrecker, also dann fehlt uns vielleicht wirklich noch jemand. Würdest du da im Winter nochmal nachbessern, sage ich jetzt mal, und einen Stürmer verpflichten, einen klassischen Stürmer? Also ich habe heute im Kicker nachgelesen, so das Zwischenfazit, da war dann vom George Moisides ganz klar die Meinung, der VfB muss in der Winterpause einen Torjäger kaufen. Ja, eigentlich schon. Vorschläge? Naja, man zahlt 15 Millionen an Bielefeld und holt sich Vogelshammer und Klos. So einfach geht das. Naja, wir haben es doch. Einfach, dass der Thomas sich mal angeruft und dich abwirbt. Als Skalaplaner. Ja, dann musst du halt Gonzalez verkaufen, der ist Nationalspieler von Argentinien, für den kriegst du 20. Meinst du? Und dann kaufst du die beiden und schwächst die Konkurrenz? Nee, ernsthaft, ich weiß es nicht. Also wen willst du jetzt kaufen mit einer Torgarantie? Ich weiß gar nicht. Spielt Simon Terodde in Köln regelmäßig in der Bundesliga? Ja, der geht nicht nochmal in Stuttgart. Das war ja damals auch sein großer Wille in der Heimat, dann noch in den letzten Jahren zu genießen. Und natürlich, das sind so romantische Gedanken, Terodde zurückholen. Aber mich würde man damit nicht befriedigen, sage ich dir ganz ehrlich. Nee, aber die Frage ist doch, wenn wir jetzt für Mislintat wehren und wir merken, wir schießen zu wenig Tore, wen holen wir in der Winterpause? Holen wir Manuel Schäffler? Das habe ich mich letzte Woche übrigens auch mal gefragt. Wenn der Mislintat hier mit Schäffler angekommen wäre, wo jetzt alle sagen, ja, die haben einen Knipser da in Wien, Wiesbaden und wir eben nicht. Ich glaube, da hätte man ihn ausgelacht. Also noch mehr als bei Al-Gadoui. Wir haben ja gehofft, dass Al-Gadoui so knipst wie Manuel Schäffler jetzt. Aber die Frage ist ja nicht, also die eine Sache ist ja, was machst du vor der Saison und die andere Sache ist, was machst du jetzt in der Winterpause? Also wenn es eine Rückholaktion geben dürfte oder sowas, also ich persönlich finde den Namen, bringe ich jetzt mal Gincek so ins Spiel, der natürlich lange verletzt war und so, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Kandidat ist, mit dem könnte man sich hier anfreunden. Und vor allem, weil ja jetzt auch klar wurde, dass sein Abgang auch viel mit Michael Reschke zu tun hatte und nicht so, wie es ja am Anfang kommuniziert wurde, seine Forderungen oder seine Vorstellungen allgemein, so was er im Monat verdienen sollte beim VfB und dass er nochmal den großen Sprung wagt oder so ein Quatsch, sondern es hörte sich so an, dass er sich nicht genug wertgeschätzt fühlte hier in Stuttgart. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für ihn schwer wird in Wolfsburg, aber es ist natürlich auch ein extremes Risiko. Du bist halt ein Spieler, der eigentlich jede Saison acht plus Wochen ausfällt. Also schwierig. Vielleicht kann man ihn für ein halbes Jahr ausleihen oder sowas. Spielpraxis geben, haben beide Seiten was davon. So eine Situation könnte ich mir auch machen. Er kann sich um seinen Mietclub kümmern. Ja genau, dass er da nochmal was macht für den VfB. Genau, weil ich meine, so ein klassischer Move von einem Absteiger mit dann doch einer ganz gut gefüllten Kriegskasse wäre ja eigentlich, einen der besseren Zweitliga-Torschützen zu holen. Und das wäre jetzt in dem Fall Fabian Kloos. Ich glaube, den kannst du mit Geld zuscheißen. Der wird nicht kommen. Der bleibt halt in Bielefeld. Dann hättest du Gonvoulin von Bochum und halt Manuel Schäffler. Und dann kommt schon Vogelsheimer und dann hast du Philipp Hofmann vom KSC. Wenn du so jemanden holst, du musst ja auch ein bisschen weiter planen. Also du hast ja dann eine Erstligasaison vor dir. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Und da würde ich halt auf diese Stürmer jetzt nicht so sehr bauen. Also wenn ich jemanden verpflichte, fest verpflichte, dann muss das schon jemand sein, mit dem ich auch in der ersten Liga irgendwie weiter planen kann. Gerade wenn ich bedenke, dass ein Kalajdzic zurückkommt, dass sich natürlich ein Bamako Dukuka noch, sorry, ein Silas weiterentwickelt. Das sind alles so Punkte, die musst du ja mit berücksichtigen. Deswegen, also ich würde, wie gesagt, entweder jemanden ausleihen, ja, der dann Spielplatz braucht oder jemanden verpflichten, der auch theoretisch dann eine Alternative in der ersten Liga wäre. Aber du würdest dann, als Misslinhtat, also wenn du jetzt Misslinhtat wärst, würdest du eher jemanden holen aus der ersten Liga, der bei seinem Team nicht zum Zug kommt, als einen, der in der zweiten Liga richtig gut performt. Also von den genannten jetzt, würde ich halt keinen holen, weil ich bei keinem das Gefühl hatte, dass die in der ersten Liga richtig was reißen können. Gangvola, der hat halt letzte Saison überhaupt nichts gebracht in Bochum. Da hat er wirklich, also da war er halt noch nicht mal ein guter Zweitligastürmer. Das wäre halt schon ein großes Risiko, den zu verpflichten. Gut, ich meine, von 28 Minuten habe ich auch drei per Elfmeter gemacht. Der spielt trotzdem, der spielt auf jeden Fall stark in der Saison. Aber, nee, den würde ich, glaube ich, nicht holen. Vor allem, den kaufst du auch nicht einfach mal so weg für, weiß ich nicht, eine Million oder so. Also in der jetzigen Situation braucht Bochum genau so einen Spieler, weil sonst würden sie wahrscheinlich noch weiter unten stehen, als sie überhaupt schon stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den bekommen kannst. Und ja, wie gesagt, ich würde den auch nicht verpflichten. Ich würde schauen, dass ich irgendjemanden bekomme, das muss noch nicht mal jemand aus der Bundesliga sein, aber der halt einfach dann auch im Falle eines Aufstiegs uns weiterhelfen kann, aber auch im Falle, dass wir nicht aufsteigen, dann trotzdem natürlich bei uns bleiben könnte und uns dann im zweiten Zweitliga-Jahr sozusagen zur Seite steht. Weil auch da muss er so ein bisschen vorplanen. Sollte es nicht funktionieren, glaube ich nicht, dass noch Nico Gonzalez hier beim VfB spielen wird. Und auch Mario Gomez wird nicht weiter beim VfB spielen. Also müsstest du ja schon jemanden verpflichten, der dann auch gleichzeitig ein Vorgriff ist auf die kommende Saison sozusagen. Also müsstest du mit dem Stürmer zweigleisig eigentlich planen. Aber dass wir in der Mittelpause nochmal investieren sollten in die Offensive, da sind wir uns einig. Ja, sowohl auf den Flügeln würde ich irgendwie versuchen, noch was zu tun, Sturm, und ich würde auch gerne in der Abwehr noch irgendwie eine Verpflichtung sehen, irgendwie ein Rechtsverteidiger oder von mir aus ein Spieler, der vielleicht auch beide Seiten unter seine Fittiche nehmen kann, rechts und links. weil wir sehen ja jetzt, da sind Baustellen, die sich auftun beim VfB. Ja, absolut. Innenverteidigung finde ich noch ganz okay, wie sie momentan so dasteht, aber auch da hast du halt mit Kempf und Badstuber Spieler, die dann doch mal ausfallen könnten. Also klar, die sind jetzt lange fit, toi toi toi, aber es sind halt Spieler, die auch eigentlich immer pro Saison ihre regelmäßigen Ausfallzeiten haben. und ja, jetzt hast du halt jetzt die Backups, die noch nicht so richtig überzeugen konnten, aber ich glaube, da würde ich jetzt keinen verpflichten. Da kommt Kaminski noch zurück. Stimmt, ja. Hast du da noch jemanden? Ne, also ich würde gerne noch einen Rechtsverteidiger sehen beim VfB, auch aufgrund dessen, dass natürlich Stenzel vielleicht zurückgehen könnte nach dem Jahr VfB und dann würde ich halt wirklich auf jeden Fall einen Stürmer noch verpflichten. Ja. Und dann mal gucken, was ist noch so auf die, das Flügel ist halt so ein Ding, also das ist halt immer schwierig, da gute Spieler zu bekommen. Genauso wie Stürmer. Schau mal, wie andere Spieler händeringend nach guten Stürmern suchen. Das geht sogar so weit, dass ich in Dortmund, vor zwei Wochen war es, glaube ich, in diesem, wie heißt der denn, Dortmund-Podcast, da komme ich jetzt nicht drauf, da hat man ernsthaft über Simon Terrolle nachgedacht als Backup-Lösung. Für Dortmund? Ja. Okay. Dann hieß es halt, er macht halt seine Buden. Und ja, ich meine, damit siehst du halt, es gibt nicht so viele gute Stürmer, die du einfach mal verpflichten kannst. Das ist echt ein Problem, also du brauchst viel, viel Glück. Ja, also, es ist eine schwer zu besetzende Position. Schwierig, schwierig. Aber da muss man auf jeden Fall was tun und vielleicht dann auch ein Risiko eingehen und vielleicht gibt es irgendwie ein Leihmodell, dass man sagt, hier halbes Jahr und dann Kaufoptionen oder irgendwie sowas. mal abwarten. Aber ich gehe fest davon aus, dass Sven Mislintat sich da schon auf die Dauer gelegt hat. Gut, Sebastian, dann haben wir das Thema Kalajdzic. Dann haben wir die Wintertransferperiode auch schon irgendwie gejingst und jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt gucken wir mal wieder auf das Lieblingsthema vieler, nämlich Vereinspolitik. Da steht ja in den kommenden Tagen einiges an. Viele, viele Pressetermine für Klaus Vogt und Christian Riedmüller und natürlich auch für uns, der ganz große Termin, dann am 28.11. die Viererkette, die VfB-Viererkette live, die vier Fan-Podcasts, wie es immer so schön heißt, STR, das ist unserer, Brustring-Talk rund um den Brustring und Nachspielzeit laden ein ins SSC nach Bad Cannstatt. Leider Gott, jetzt sind alle Tickets inzwischen verkauft. Es gibt ab und zu mal die Möglichkeit, sich noch ein Ticket zu schießen, weil irgendjemand sein Ticket zurückgibt. Also, wenn ihr noch nach Tickets sucht, guckt ab und zu mal, wieder auf diese, ach, jetzt habe ich wieder vergessen, wie der Dienst heißt, bei dem es Tickets gibt. Eventpride. Guckt ab und zu mal auf die Seite von Eventpride und gebt da Viererkette ein. Vielleicht habt ihr Glück und ihr könnt noch ein Ticket ergattern. Aber ansonsten ist das Eventstand jetzt ausverkauft. Es wird das Gespräch anschließend als Podcast geben. Ob es einen Livestream gibt, wissen wir noch nicht genau. Wir sind momentan dran, das abzuchecken. Das Problem ist, dass es wie immer in Bad Cannstatt keine gute, ja, weder Verbindung gibt. Und wir sind nicht so blauäugig wie der VfB und gehen da halbherzig ran, sondern wir sagen, entweder es funktioniert oder wir lassen es. Aber wir versuchen auf jeden Fall dann auch irgendwie noch ein Video bereitzustellen. Wenn nicht live, dann vielleicht nachträglich. Da sind wir, wie gesagt, momentan am Planen, aber ihr werdet auf jeden Fall hören, was wir mit Christian Riedmüller und Klaus Vogt besprechen. Das kann ich euch schon versprechen. Und dann kommen wir jetzt zu einem Pressetermin, den es letzte Woche gab. Und zwar wurde Klaus Vogt und Christian Riedmüller verschiedene Begriffe genannt und Fragen dazu gestellt. Und sie mussten dann halt einfach darauf antworten. Und das sind ja immer so gängige Praxen, wenn irgendwelche Zeitungen diese neuen Kandidaten einladen oder eben dann, wie es früher war, den einen Kandidaten befragen. Von daher ist es immer ganz interessant, was dann der jeweilige Kandidat zu diversen Themen zu sagen hat. Und ich würde mal sagen, Sebastian, wir gehen hier mal durch und schauen mal, was der zukünftige Präsident des VfB Stuttgart so zu einzelnen Themenpunkten von sich gegeben hat. Fangen wir mal an mit Klaus Vogt, der zum Thema Guido Buchwald befragt wurde und zum Thema Buchwald sagte, ich kenne Guido und schätze ihn sehr als Mensch. Ich bedauere, was im Februar im Aufsichtsrat abgelaufen ist. Wenn ich zu dem Zeitpunkt Präsident gewesen wäre, hätte ich versucht, noch in der Nacht alles zu kitten, damit sich Guido Buchwald und Wilfried Port die Hand gegeben hätten. Das klingt, wenn ich das mal vorwegnehmen kann, genau nach dem, was man sagen müsste, um eben die richtige Antwort zu geben. Aber ich weiß nicht, ob man es damit hätte irgendwie hinbekommen. Also mit einem Anruf vom Präsidenten. Ich glaube, die Gräben zwischen Guido und Wilfried, die sind schon relativ tief. Genau, also ich glaube, Bezug genommen wird er ja auf diesen Eklat in der Ehrenloge, wo die zwei sich dann verbal an die Gurke gegangen sind und Wolfgang Dietrich halt da irgendwie nicht so richtig vermitteln konnte oder wollte und natürlich wäre es dann total schön gewesen, das alles noch irgendwie schnell zu regeln, bevor es an die Öffentlichkeit gekommen wäre. Vielleicht kommen wir in den nächsten Monaten, Jahren unter der Vogtschen Regentschaft nochmal in die zweifelhafte Ehre, sowas zu erleben zu dürfen. Dann können wir gucken, wie es regelt. Aber ja, also Antwort ist völlig okay. Ob das dann so geklappt hätte, ist eine andere Sache. Aber ja. Verstehst du, warum das Thema Buchwald immer so ein großes Thema ist in den verschiedenen Medien, in den verschiedenen Gazetten? Also ich finde es nämlich echt ein bisschen, es geht mir fast schon auf den Sack inzwischen, immer wieder dieses Thema Buchwald. Also ich glaube, wenn man sich nicht so nerdhaft mit dem VfB beschäftigen würde, wie wir zwei das machen und viele der Leute, die uns hören, dann hätte man von diesen zehn Namen, die um das Präsidentschaftsamt gerungen haben, vermutlich nur einen einzigen gekannt, das ist Guido Buchwald. Ja, so weit, so klar. Ja, das verstehe ich auch. Und dass der Vereinsbeirat dann genau diesen Namen aussortiert, das hat vielen Leuten, die halt da nicht so nerthaft drauf sind, glaube ich, nicht so ganz gefallen, weil die haben halt abgespeichert, Guido Buchwald hat Beef mit Port, also ist Buchwald gegen den Daimler. Wenn Buchwald aussortiert wird, sind alle anderen Vassallen des Daimlers. Und das ist immer so das, was ich halt in den Kommentaren dann so rauslese. jetzt hat man wieder zwei Kandidaten, wie ist denn der Daimler wollte und so weiter. Und das ist natürlich so ein bisschen zu kurz gedacht, aber ich glaube, das ist so das, das Grundempfinden vieler, die sagen, warum wurde in der Buchwald aussortiert, er ist doch der Einzige, der offen gegen Wilfried Port opportuniert hat und so weiter. Ja, und ich glaube, das ist so das Problem, was viele Leute damit haben, dass Buchwald aussortiert wurde. Na gut, das lasse ich jetzt einfach mal so gelten, weil das nächste Thema mich noch mehr interessiert. Und zwar wurden beide Kandidaten gefragt, ob sie Wolfgang Dietrich 2016 gewählt haben, als der als einziger Kandidat zur Wahl stand. Und Herr Vogt sagte, muss ich die Frage beantworten? Vogt lächelte. Ja, ich habe mich vor drei Jahren der Mehrheit gebeugt. Sprich, das ist ein klares Ja. Und auf der anderen Seite sagte Christian Riedmüller, Nein. Aber dann kommt der nächste Satz, der mich ein bisschen verwirrt. In diesem Juli bin ich ergebnisoffen in die Versammlung gegangen. Also, hat er ihn jetzt, oder hätte er ihn abgewählt, jetzt praktisch im Sommer, oder bezog sich das Nein gezielt, also jetzt wirklich auf diese 2016er Geschichte? Verstehe ich nicht so. Das ist richtig. nein, in diesem Juli bin ich ergebnisoffen in die Versammlung gegangen. Also, eine Frage, also, es ist eine und dieselbe Frage, aber beide haben auf zwei verschiedene Fragen geantwortet. Nein. Der Herr Riedmüller wurde gefragt, haben Sie Wolfgang Dietrich 2016 gewählt? Antwort, nein, in diesem Juli bin ich ergebnisoffen in die Versammlung gegangen. Ich bin auch überzeugt, wenn man die Nähe zu den Fans gesucht hätte, selbstkritisch gewesen wäre, und das WLAN funktioniert hätte, wäre Herr Dietrich nicht abgewählt worden. Also, das hört sich jetzt an. Er wäre nicht abgewählt worden. Wäre nicht abgewählt worden. Okay. Ich glaube, damit glaube ich eine Frage, die wir nächste Woche nochmal stellen können, oder? Weil das habe ich jetzt nicht verstanden. Also, man könnte es jetzt so lesen, dass er ihn 2016 nicht gewählt hat, und dann noch sagen wollte, dass er ergebnisoffen praktisch in die Versammlung gegangen ist. Also, jetzt 2016, äh, und dann hat er halt noch erklärt, warum er glaubt, dass Dietrich nicht abgewählt worden wäre. Okay, das könnte es sein, ja. Aber es ist natürlich jetzt so, hätte, wäre, könnte. Ja. Wir halten jetzt mal fest, es sieht danach aus, dass der Herr Riedmüller den Dietrich nicht gewählt hat, 2016, und der Herr Vogt hat sich der Mehrheit gebeugt, das ist ja fast schon eine politische, Politikerantwort, die er da gibt, und hat Dietrich gewählt. Gut. Vor allem, wie willst du denn bei der Stimmabgabe wissen, ob du dich der Mehrheit beugst, ne? Also, klar, du hast da so schwingen, aber ja, irgendwie auch schon wieder ein bisschen komisch. Das ist, äh, das ist Politiker-Talk hier, glaube ich. Ja, schon irgendwie ein bisschen, ne? Dann ging es ums Ehrenamt, äh, und da meinte der Herr Vogt, die Position war sowohl als Ehren, als auch als Nebenamt ausgeschrieben. Ich habe mich für beide Formeln beworben. Der Vereinsbeirat hat sich nun entschieden, den künftigen Aufwand des Präsidenten zu vergüten. In welcher Höhe, weiß ich gar nicht. Warum ist das interessant? Bislang wusste ich nicht, dass es eine Vergütung geben wird. Also, es hieß ja, wie gesagt, immer Ehrenamt und Nebenamt, aber dass man sich jetzt dafür entschieden hat, das Amt wirklich zu vergüten, ist neu. Wollte so noch nicht kommuniziert man das? Ne, nur so am Rande, als es, äh, ja, vom Vereinsbeirat hieß, dass die, ähm, anscheinend Gehaltsforderungen, die Güte Buchwald dann wiederum stellt, zu hoch waren. Oder? Vermutlich, Güte Buchwald. Vermutlich, vermeintlich, äh, wie man hörte, ähm, vielleicht doch nicht, ja. Also, bevor wir jetzt da irgendwie abgemacht werden, also, aber interessant, dass es da jetzt offensichtlich Konkretes gibt, also, es wird vergütet und es ist nicht nur, äh, ein reines Ehrenamt. Dann ging es natürlich auch um das Thema Frauenfußball, da meint Herr Vogt, der liegt mir am Herzen, ich fände's, ich fände es wichtig, Frauenfußball beim VfB anzubieten, ich habe bereits mit anderen Vereinen über mögliche Kooperationen gesprochen. Äh, Christian Riedmüller meinte dazu, ich höre immer von Kapazitätsproblemen, aber wenn man von etwas überzeugt ist, findet man auch Wege, um es hinzubekommen. Und auch andere Sportarten und Abteilungen für Männer, Frauen und Jugendliche schweben mir mittelfristig vor. Also, es sind beide Kandidaten ganz klar für Frauenfußball beim VfB. Ich finde es interessant, dass der Herr Vogt offensichtlich schon Gespräche geführt hat, auch hier könnte man natürlich da mal nachhaken, ähm, wie er sich das so vorstellt, ja, ohne jetzt vielleicht dann direkt die Namen nennen zu müssen, mit denen er sich da getroffen hat oder mit dem einen oder anderen, mit dem er sich da unterhalten hat. Aber auch hier würde mich halt interessieren, inwiefern er sich eine Kooperation vorstellt, wie er sich das dann eben wünschen würde, wie das in Zukunft aussieht. Und ansonsten sind das zwei ganz konkrete Aussagen und an diesen Aussagen müssen sich beide Kandidaten im Endeffekt messen lassen. Also, ich würde jetzt voraussetzen oder würde erwarten von dem jeweiligen, dann, wer am Ende Präsident wird, dass es nach der Amtszeit auf jeden Fall eine Frauenfußballabteilung beim VfB gibt, oder? Ja, zumindest mittelfristig, aber so klar wie die beiden Kandidaten hat sie jetzt ja noch niemand jemals beim VfB pro Frauenfußball geäußert. Und wir haben jetzt ja auch schon von verschiedenen Seiten gehört, dass es halt auch in der Vergangenheit schon Gespräche gab, dann zwischen jetzt namentlich Sindelfingen und dem VfB und auch anderen Frauenfußballteams und es gab da ja Verhandlungen und es hat irgendwie nie funktioniert und jetzt, wenn sich die beiden Präsidentschaftskandidaten so offensiv pro Frauenfußball äußern, dann ja, dürfen wir erwarten, dass egal, wer von beiden gewählt wird, wir dann mittelfristig ein VfB-Frauenteam sehen können, was mich total freuen würde. Und dieses Argument, es gibt zu wenig Plätze und so weiter, ja, okay, aber wenn es einen Frauen-VfB, wenn ich es mal so nennen darf, geben wird, dann sind das ja auch nicht zehn Mannschaften, das sind halt irgendwie zwei, drei oder maximal vier. Ich glaube, die kriegt man halt irgendwie echt noch unter, wenn man es will. Und diese Kooperationsidee, die habe ich ja, als das Thema schon mal diskutiert wurde, auch mal reingeworfen als Überlegung so und ich finde, das ist auch ein Weg, den man gehen kann. Also es gibt ja, ich glaube in Obertürkheim, Obertürkheim war das mit der erfolgreichen Frauenmannschaft oder was unter Türkheim. Es gab auf jeden Fall ein Frauenteam, die im direkten Umfeld des VfB Stuttgart, das könnte man ja da irgendwie auch mit ins Boot holen. Also es geht ja jetzt nicht nur darum, möchte ich auch noch sagen, es geht jetzt nicht nur darum, dass der VfB irgendwie einen Stempel oder einen Haken hinter dem Thema Frauenfußball machen soll, sondern es soll natürlich dann schon auch engagiert vonstatten gehen und ambitioniert. Also nur damit man es abhaken kann, dann braucht man das nicht, sondern es muss natürlich dann schon auch ambitioniert verfolgt werden und ja, man möchte damit ja auch was erreichen, sage ich jetzt mal. Du musst es halt wirklich wollen, also wirklich von ganz oben bis ganz unten. Entweder du möchtest ein Frauenteam haben beim VfB, die auf höchstem Niveau spielen können oder nicht und du machst es halt irgendwie nur so pro Forma und dann kannst du auch gleich so einlassen. Aber ich denke, wenn halt wirklich alle das wollen, dann geht das auch mit den gegebenen Mitteln, die du jetzt aktuell hast. Eine weitere Frage bezieht sich auf Thomas Hitzesberger. War es falsch, dass der Vorstandsvorsitzende vor der Präsidentenwahl ernannt wurde? Auch ein interessantes Thema, da sagt Klaus Vogt, man kann über die zeitliche Abfolge diskutieren, ich finde Thomas aber eine gute Wahl. Er tut dem VfB gut, bringt Ruhe rein und hat eine hohe Glaubwürdigkeit. Auch hier könnte man sagen, Corporate Antwort, passt so, gibt es nicht viel entgegenzusetzen. Der Herr Riedmüller sagte, da für mich Thomas Hitzesberger die völlig richtige Besetzung ist, finde ich es absolut in Ordnung so. Also beide versuchen sich so ein bisschen hinter Thomas Hitzesberger nicht zu verstecken, aber eigentlich geht es ja bei der Frage darum, ob man sich übergangen fühlt vom Aufsichtsrat, indem die halt den Vorstandsvorsitzenden als Fakt schon festlegen und der Präsident dann später als Aufsichtsrat Vorsitzender da gar keine Möglichkeit hat mehr entgegenzuwirken, also wenn es ihm jetzt nicht passen würde. Genau, ich glaube, Matthias Klopf hat sich ja da deutlich offensiver geäußert, dass ihm das stinkt, ja, aber dass die beiden dies jetzt dann in die Endauswahl geschafft haben, das dann nicht machen, das verstehe ich natürlich auch und irgendwie eine andere Antwort zu geben, wäre dann auch nahezu fahrlässig. Ja, ich hätte es halt schön gefunden, wenn man es schon mal anspricht, ja, vor allem auch den Fakt, klar hätte man eine kleine Spitze setzen können, ja. Ja, einfach auch, um hier wieder zu zeigen, so soll es in Zukunft nicht laufen, dass Leute hier immer wieder versuchen, ihre Agenda durchzudrücken. Ich erinnere dann nochmal an den Herrn Geiser, der sich ja ganz klar zu Herrn Dietrich bekannt hat und jetzt dann mehr oder weniger sein Fähnchen in den neuen Wind hält oder, ja, die neue Windrichtung aufnimmt sozusagen und, ja, also ich finde, da hätte man schon als Präsidentschaftskandidat nochmal eine klare Kante in Richtung Aufsichtsrat oder, ja, ein klares Zeichen in Richtung Aufsichtsrat setzen können. Also, das fehlte mir so ein Stück weit jetzt hier bei der Antwort, ja. Aber das natürlich ein Thomas Hitzesberger wenig aufzusetzen ist, ist ja klar. Ich meine, das wäre ja auch wahrscheinlich dann selbst mal für die Kandidatur, wenn man jetzt hier sagt, der Hitzesberger ist ungeeignet, würden wahrscheinlich die meisten Mitglieder sagen, nicht mehr im Arsch, den will ich nicht. Dann ging es natürlich auch um das Thema Investor. Da meinte Klaus Vogt ein No-Go für einen strategischen Partner wäre ein Unternehmen, dem es nur um die Investition, um Profit geht. Ich wünsche mir da eher regionale Mittelstandsbeteiligung, eine Art Portfolio von 10, 20 Unternehmen und vor allem aus Branchen, die wir bisher noch gar nicht als Partner haben, wie Telekommunikations-, Tourismus- oder Pharmaunternehmen. Der Herr Riedmüller sagt dazu, bei der Suche und Auswahl nach weiteren strategischen Partnern muss man darauf achten, dass sie zu unseren Werten passen. Bei einer bestimmten Art von internationalen Konzernen oder Finanzinvestoren würde ich mich extrem schwer tun. Wir dürfen uns nicht in Abhängigkeit begeben, müssen ein Mitspracherecht haben, wenn Partner Personen in den Aufsichtsrat berufen können. Also da geht es ja um die, oder um, ich glaube, einen Platz, den der neue Investor dann bekommt im Aufsichtsrat. Da geht es natürlich dann auch nochmal darum. Wobei das auch nochmal ein interessantes Thema ist, Sebastian, wenn wir schon beim Thema KSC sind, die haben nämlich am eigenen Leib erfahren müssen, wie das so ist, wenn man einen Investor sich ins Haus holt und den dann losbekommen möchte. Ja, die haben Stress mit Lagardère, ne? So sieht es aus. Aha. Also, vielleicht kann man das ganz kurz so am Rande erklären. Es ist, glaube ich, so, dass der KSC zu der Überzeugung kam, dass man mit Lagardère nicht mehr weiterarbeiten möchte. Man wollte sich dann trennen. Ich glaube, die sind auch klassischer Investor beim KSC, oder? Genau so, wie sie, glaube ich, beim VfB auch im Gespräch waren. Genau. Also dann hat der KSC gesagt, nee, lasst mal gut sein, das wird nichts mehr mit uns. Wir wechseln den Investor oder, ja, keine Ahnung, wie sie sich das vorstellen. Und dann sagt Lagardère, nö, da machen wir nicht mit. Und dann haben, hat der KSC, hat der KSC dann den Rechtsstreit begonnen oder war es Lagardère? Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Nee, ich glaube, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat dann das Gericht, glaube ich, Lagardère recht gegeben, woraufhin dann der KSC gleich nochmal gekündigt hat, weil sie gesagt haben, ja, durch den Rechtsstreit ist das Vertrauensverhältnis halt nachhaltig belastet und man kann eh nicht mehr zusammenarbeiten. also, das klingt irgendwie nicht nach einer fruchtbaren Zusammenarbeit jedenfalls. Ja, aber das kann ja halt jederzeit passieren mit einem Investor. Ja, ja. Und ich finde ja die Aussage, dass man versuchen müsse, einen Investor zu finden oder sich nicht abhängig von dem Investor zu machen, das ist ja, du kannst ja vergessen, also du bist ja automatisch in dem Moment, wo der sich bei dir einkauft, bist du in gewisser Weise von ihm abhängig und natürlich wird er sich ein gewisses Mitspracherecht damit auch erkaufen, ja, und das ist halt ganz schwer, da irgendwie entgegenzuwirken. Also ich finde die Aussagen vom Herrn Riedmüller schon interessant und gut und auch richtig, aber ich weiß nicht, ob das so umsetzbar ist, also diese Forderungen, dass man bestimmt, welche Person vom neuen Investor dann in den Aufsichtsrat kommt, also das kannst du mit Sicherheit ein Stück lenken, aber wenn der sagt, jetzt XY kommt in den Aufsichtsrat, weiß ich nicht, ob man da allzu viel dagegen machen kann, also da bin ich jetzt in der Regel nicht. Würde sich, glaube ich, auch gerade als gutes Beispiel so ein bisschen bei Berlin, wo sich dann, da der Herr Winter aus dem großen Stile einkauft und dann halt jetzt dann, ja, mehrere prominente Aufsichtsratmitglieder dann halt mehr oder weniger, bestimmen kann und da hast du halt als Verein oder als Klub dann auch nicht mehr so viel zu sagen einfach. Du hast dann noch da die knappe Mehrheit, aber viel, viel Macht einfach abgegeben. Und da ist natürlich das Konzept, was dann der Herr Vogt halt vorschlägt mit vielen Kleinen, ist natürlich da nicht ganz uninteressant halt. Ob das dann so funktioniert, weiß ich wiederum auch nicht, aber es ist natürlich mal was komplett anderes. das ist ja schon wieder so ein Stück weit auch, also ein ganz kleiner Schritt wieder so in Richtung Fan-Anleihe, ne? Also nicht ein großer, sondern viele kleine, jetzt erst spricht von 10, 20. Ja, ist vielleicht auch wirklich ein Konzept, was man mal näher sich betrachten müsste. Ich weiß gar nicht, ob das von der Satzung her möglich ist, keine Ahnung, aber... Na gut, wenn die halt irgendwie eine Art von, keine Ahnung was, gründen halt diese 10 Unternehmen, dann schicken die halt ein Aufsichtsratmitglied oder so, dann könnte es wahrscheinlich schon funktionieren. Das Problem, was ich da halt sehe, wenn du 10 oder sogar 20 Unternehmen hast, was ist, wenn 2, 3 keinen Bock mehr haben? Naja, klar, das müssten dann theoretisch natürlich die, aber natürlich wird es nicht einfacher, also das ist ja gar keine Frage. Und ich glaube, die Vorschläge mit Telekommunikationsunternehmen, die hat da nicht zufällig getan, also wahrscheinlich hat er da auch nochmal gedacht, Mensch, da kann ich nochmal ein kleines Zeichen setzen. Aber ich gebe dir schon recht, die Portfolio-Geschichte ist interessant. Es ist halt die Frage, wie realisierbar das Ganze ist. Also das Thema Investor wird für beide Präsidentschaftskandidaten ein interessantes werden. Also bin mir nicht sicher, ob beide sich da nochmal neu aufstellen müssen in ihren Ideen, Forderungen, wie auch immer. Ja, und auch ein Stück weit zurückrödern müssen. Also ich meine, das musste ja auch schon Wolfgang Dietrich, der von regionalen Investoren sprach, dann irgendwie, nee, doch nicht und dann kann es doch ein Fonds sein und dann, ach komm, also egal, wer möchte, wir nehmen den und wenn man jetzt den ursprünglichen Zeitplan anguckt, wann der zweite Investor kommen möchte, da hängen wir ja mittlerweile weiter hinterher als irgendwie Stuttgart 21. Also das ist halt echt nicht einfach, ne? Und vielleicht brauchst da komplett neue Ideen, vielleicht funktionieren die, vielleicht funktionieren die auch nicht. Ja, aber man kann halt festhalten, es ist halt bei weitem nicht so einfach, wie es uns der Klub dann bei der Ausgliederung glauben machen wollte, sondern es ist halt echt schwierig. Du hattest halt irgendwie genau einen Investor, das war dein Nachbar mit dem Stern und wen anders gab's nicht und wen anders gibt's halt auch nach wie vor nicht, weil du bist dann vielleicht doch nicht so sexy, dass sich dann die Investoren da die Beine in den Bauch stehen, um bei dir anzuklopfen. Und dann bin ich mal gespannt, wie die zwei das dann weiter erfolgen. Dann gab es eine Frage zu Rainer Adrion und da meinte Klaus Vogt, Adi hat mich zur Bewerbung ermutigt, sagte zu mir, wenn der VfB jetzt nichts macht, läuft es so weiter wie immer. Er hat mir versichert, ich helfe dir, wenn es um Sportkompetenz, DNA und Spielphilosophie des VfB geht. Genauso hat mir Cem Öz, die mir Unterstützung zugesichert, wenn es um Themen wie Stadionumbau geht. Auch hier wieder politisch geschickt geantwortet, würde ich behaupten. Ja, mit strategisch gutem Name-Dropping auf jeden Fall. Ja, das macht er schon sehr gut, der Herr Vogt. Ja, klasse. Und natürlich wurde auch Christian Riedmüller zum Thema Rainer Adrion befragt, der ja eben Klaus Vogt unterstützt. Und da meinte Herr Riedmüller, dass der Herr Adrion bei der Mitgliederversammlung im Juli eine sehr gute Rede gehalten habe. Ich will mir erst mal ein Bild vom Aufsichtsrat machen und dann passende Namen ins Spiel bringen. Vor allem auch, um die Fußballkompetenz zu erhöhen. Denn den ein oder anderen ehemaligen VfBler habe ich dabei im Kopf. Also er wird da nicht konkret. Aber ja, beide, glaube ich, ziehen so ein bisschen darauf ab, dass man die Fußballkompetenz im Aufsichtsrat erhöhen sollte und das auch möchte. Bei mir ein Vogt ist es offensichtlich, mit Rainer Adrion. Der Herr Riedmüller hat wohl auch Ideen, ohne das jetzt hier konkret kundzutun. Ja, ich meine, was der Vogt hier halt gut macht, er nennt halt zwei wichtige Namen, die hier im Umfeld auch einen guten Ruf genießen. Herr Adrion, nicht nur aufgrund seiner Mitgliederversammlungsrede, sondern auch sonst. Und Cem Özdemir, klar, wenn du sagen kannst, der könnte uns vielleicht beim Stadionumbau auch irgendwie helfen, wie auch immer. weiß ja nicht, was der dann da machen kann. Ich weiß halt nicht so richtig, was soll jetzt die Aufgabe von Cem Özdemir sein, dass die Stadt dann sagt, wir machen es für die Hälfte? Ja, keine Ahnung, vielleicht hat er die Handynummer, garantiert die Handynummer vom Fritz Kuhn und kann da mit dem mal sprechen oder so. Also erst mal gutes Name-Dropping und man weiß jetzt, okay, der Herr Vogt kennt den Herrn Özdemir und das ist sicherlich kein Nachteil. Aber wie das jetzt konkret helfen soll, sei auch mal dahingestellt. Das wäre halt das Interessante gewesen. Hier hätte ich mir wirklich konkret gewünscht, dass sich zum Beispiel der Herr Vogt klar positioniert, was er sich von Adrian erhofft, wenn er im Aufsichtsrat sitzt, welche Ideen vielleicht hinter dem Namen Rainer Adrian stehen, was damit in den Aufsichtsrat gebracht wird sozusagen. Das fehlt mir jetzt hier so ein Stück weit. Einfach zu sagen, der ist cool und der hilft mir auch, was Sportkompetenz und so angeht, ist ja mehr oder weniger klar, aber da hätte es ruhig ein bisschen konkreter werden können. Also da finde ich ja fast schon die Aussage, dass man, also von Herrn Riedmüller konkreter, dass er sagt, er möchte unbedingt mehr Fußballkompetenz im Aufsichtsrat haben. Das ist ja wenigstens was Handfestes. Das fehlt mir jetzt hier so ein bisschen bei Klaus Vogt. Genau, was ich mich ja auch gefragt habe, als es ja hieß, dann zwischendurch wollte ja auch mal Thomas Berthold unbedingt in den Aufsichtsrat und jetzt hieß es dann, naja, mit dem Klaus Vogt kommt dann der Rainer Adrien vielleicht in den Aufsichtsrat und dieser in den Aufsichtsrat und jeder in den Aufsichtsrat, wie das überhaupt praktisch funktioniert, dass jemand neu in den Aufsichtsrat kommt und weißt du, wie das funktioniert? Na, wenn ich das richtig weiß, sind ja, sind ja zwei Positionen frei oder drei, drei sind frei, genau. Also zumindest ist die Buchwald-Position frei. Genau, dann der Präsident. Ach nee, das hat ja momentan der Geiser in den Tisch. Genau, der Bernd Geiser ist halt der quasi der Stadthalter vom kommenden Präsidenten, der dann wieder den Vorsitz im Aufsichtsrat übernimmt, automatisch. Aber ich habe mich gefragt, wie wird denn jetzt zum Beispiel die Position von Guido Buchwald neu besetzt? Per Wahl? Per Wahl? Ja, das stimmt. Und weißt du, wer wählt? Der Aufsichtsrat. Nee, die Hauptversammlung der AG. Ach, das hatte ich mal als Zeichnung, genau. Ja, ja, ich hatte mal so eine Aufzeichnung, wie das alles so zusammenhängt, also AG und e.V., da gab es ja ein paar Sachen nach der Ausgliederung, aber habe ich gelöscht. Genau, und ich habe da ein bisschen geforscht, weil es mich auch interessiert und das sind echt so Dinge, um die haben wir uns ja alle kollektiv irgendwie bei der Ausgliederung gar nicht gekümmert, aber die Hauptversammlung der AG bestimmt dann die Aufsichtsrat, Posten, und die Hauptversammlung der AG besteht halt aus dem Präsidenten und dem Vertreter des Investors, also es war halt früher, wenn sich halt Wolfgang Dietrich und Wilfried Port auf einen Kaffee getroffen haben, war das die Hauptversammlung der AG, und dann konnten die sagen, du, der Guido ist raus, wen machen wir jetzt den? Ja, passt, und dann war es entschlossen, also beschlossen. und so kriegt man natürlich dann auch eine reine Art in den Aufsichtsrat, wenn sich dann der nächste Präsident und der Daimler-Vertreter, der wahrscheinlich immer noch Port heißt, dann einig sind und wenn die sich nicht einig sind, wird es halt ein bisschen schwieriger. Das heißt, wenn ein zweiter Investor feststehen würde, hätte er da auch Mitspracherecht. Hat er vermutlich auch einen Sitz in der Hauptversammlung der AG, genau. Aber die Aufsichtsräte, die bekommen trotzdem einen Vertrag oder können die auch jederzeit, sagen wir mal, rausgewählt werden? Nee, ich glaube, die haben einen Vertrag, oder? Da fragst du mich, ob die auf eine gewisse Amtszeit gewählt werden, das kann ich dir gar nicht sagen. Ja, weil der Herr Riedmüller meinte, glaube ich, beim duckelroten Tisch, dass man sich alle Gedanken machen müsse, ja, was passiert mit dem ein oder anderen Aufsichtsrat, wenn dessen Vertrag ausgelaufen sei? Aber meinte er damit den Vertrag als Aufsichtsrat? Weil ich hatte das so verstanden, dass er mehr den Vertrag beim Unternehmen meint. Ah, okay, ja, das könnte natürlich auch sein. Weil wenn du nicht mal beim Daimler arbeitest, kannst du natürlich auch kein Daimler Vertreter sein. Stimmt. Ach ja, das ist ja manchmal echt ein bisschen verwirrend. Also da muss ich noch tiefer in Vereinspolitik einsteigen. Genau, aber es zeigt sich halt irgendwie, dass im Zuge der Ausgliederung ja wirklich das ganze Regularienwerk und alle Systematiken, alle Organe und alles wurde eigentlich darauf ausgerichtet, dass halt Wolfgang Dietrich und Wilfried Port den Laden irgendwie schmeißen. Weil die haben irgendwie alles entscheiden können und wenn jetzt halt ein Präsident kommt, der sich halt dann vielleicht nicht so einig ist mit dem Investor, wie es der Herr Dietrich war, dann könnte das halt echt eine ganz spannende Geschichte werden. Also spannend wird es auf jeden Fall. Also gerade dieses Thema Aufsichtsrat besetzen und natürlich auch Investor, das haben wir ja schon anklingen lassen, das werden so mit die großen Themen sein, glaube ich, in den ersten Monaten für, egal wer es dann letzten Endes wird, für Vogt oder für Riedmüller. Interessante Positionen sind das. Also da bin ich echt gespannt, wie das, ob es da vielleicht sogar schon einen kleinen Machtkampf geben könnte auch. Also ich mache mir gerade da so Gedanken wie das dann so ist, wenn der Herr Vogt, sag ich mal, um die Ecke kommt mit seinen Vorstellungen mit einem Adrion, der ja relativ klare Kante gezeigt hat auf der Mitgliederversammlung und wahrscheinlich auch ganz konkrete Vorstellungen hat, wie er das in Zukunft hier beim VfB so handhaben möchte. Was mich noch interessiert, der Vorstandsvorsitzende hat dann da überhaupt nichts mit zu bestimmen. Nö, also der wird ja mehr oder weniger da vom Aufsichtsrat kontrolliert, ne? Jetzt überlege ich gerade, wie finde ich das? Das ist ja schon, also diese Macht, die dann diese zwei Positionen aktuell haben, ist ja schon absurd groß. Also die Geschicke, die sie damit, oder wie sie den Verein lenken können, das ist schon manchmal beängstigend. Das ist mir ja wirklich so klar geworden, wenn man sich da mal so reinliest und das war mir echt im Zuge der Ausbilderung nicht klar, wenn man sich so anguckt, dieses ganze Konstrukt ist halt wirklich so entworfen worden, dass, ja, Dietrich und Port eigentlich das Heft, des Handels in der Hand haben. Also die zwei können den Aufsichtsrat bestimmen, der Aufsichtsrat bestimmt über den Vorstand, der Vorstand über die weiteren Positionen, die weiteren Positionen über die sportliche Geschicke und das ist halt echt schon fatal, ne? Und da tut es jetzt, glaube ich, gut, wenn der echt mal so ein, jetzt mal, ja, im besten Sinne des Wortes so einen Querulanten reinwerfen würde, wie den Herrn Vogt und auch den Herrn Riedmöller, weil ich schätze beide so ein, die da mal so ein bisschen Unordnung in dieses System halt dann reinbringen. Also das, da freue ich mich total drauf, weil, ja, der Vereinspart hat jetzt irgendwie zwei Kandidaten dann dahingestellt, die, glaube ich, das haben sie beim dunkelroten Tisch deutlich gemacht, beide komplett anders ticken als der, als ihr Vorgänger und ich glaube, da wird es noch, ja, relativ viel Highlife geben dann im Aufsichtsrat und in den Führungsstrukturen des VfB und das ist gut so. Dann wurde der Herr Vogt auch noch zum Thema Vorbilder befragt, wobei das, glaube ich, im Kicker stattfand, aber ganz gut jetzt hier gerade in die ganze Thematik passt und zwar meinte der Herr Vogt, ein Präsident darf nicht sagen, wir steigen jetzt auf und spielen in ein paar Jahren in der Champions League. Als ob irgendjemand sowas machen würde, oder? Wir warten immer noch, wenn es dann endlich soweit ist. Ich höre schon die Melodie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe uns schon im Stadion gegen Barcelona dann die Champions League Hymne singen. Wir spielen gegen Genk dann. Ja, super, gegen Genk und St. Petersburg oder so. Das wird toll. Gut, es wäre mir trotzdem lieber als jetzt gegen Wien, Wiesbaden und gegen die KSC, muss ich ehrlich sagen. Oh ja. Also ich fahre fort. In der Außendarstellung würde ich mich zurücknehmen, wenn ich Präsident werden sollte und man irgendwann auf meine Amtszeit zurückblickt, sollen die Leute sagen, der VfB stand im Mittelpunkt nicht der Präsident. Also eher wie ein Ralf Königs in Gladbach und nicht wie ein Uli Hoeneß in München. Ja, kann ich so unterschreiben, finde ich gut. Ja, total. Ja, also das muss man ja auch nochmal konkret sagen. Wir haben es ja letzte Woche schon, glaube ich, in beiden Ausgaben durchklingen lassen. Du hast hier zwei Kandidaten, die eigentlich so nah an der Fanbase sind, wie schon lange nicht mehr und auch versuchen, glaube ich, da wieder die Einigung zu vollziehen zwischen eben, sag ich jetzt mal, Verein oder AG und Fans. Also das finde ich, das spürt man schon irgendwie, dass beide bemüht sind, da das Richtige zu tun. Ob ihnen das dann am Ende auch gelingt, das hängt natürlich auch mit anderen Dingen zusammen. Also wie gesagt, das Sportliche spielt da auch eine große Rolle. Also es wird auf den Präsidenten zurückfallen, wenn der VfB nicht aufsteigt. Das sehe ich definitiv kommen. Da kann der Zehmer versuchen, alles richtig zu machen. Aber die Leute werden unruhig und ungehalten, wenn der VfB nicht aufsteigt. Und der Präsident ist dann halt eben der Präsident, mit dem der VfB trotz besten Kader aller Zeiten in der zweiten Liga nicht aufsteigt. Das darf man halt auch nicht vergessen. Absolut. Und als Präsident und damit Aufsichtsratsvorsitzender musst du im Zweifelsfall auch die unangenehme Entscheidung treffen, ob dann ein Thomas Hitzesberger als Vorstandsvorsitzender noch weitermachen darf oder nicht. Wobei, da muss er ja dann, Moment, da muss er ja theoretisch als Aufsichtsrat Vorsitzender dann tätig werden. Und wie, da muss ich, weißt du das, da muss ich auch nochmal fragen, wie wäre das jetzt, wenn man sagt, Thomas Hitzesberger ist nicht mehr der Mann, den wir vertrauen in Sachen Vorstandsvorsitzender. Muss dann der Aufsichtsrat irgendwie eine einfache Mehrheit zusammenbekommen oder weißt du, wie das läuft, wie man ihn sozusagen wieder los wird? Ja, ich glaube, eigentlich kann der Aufsichtsrat das mit einer einfachen Mehrheit entscheiden. Dann gibt es ja noch diesen ominösen Präsidialrat, der ja eigentlich so eine schnelle Eingreifstruppe ist und dann irgendwie ganz, ganz schnelle Entscheidungen treffen muss, wenn es dann zum Beispiel ums Traineramt oder ums Sportvorstand geht. Nee, aber eigentlich entscheidet das, soweit ich weiß, der Aufsichtsrat mit einer einfachen Mehrheit. Und natürlich musst du als Aufsichtsratsvorsitzender dann halt auch diese schwierige Entscheidung treffen und das meine ich, also du kannst dir der Meinung sein, er ist genau der Richtige, aber wenn der sportliche Erfolg fehlt, dann musst du dann vielleicht auch wirklich unpopuläre Entscheidungen treffen und niemand kann sagen, ob jetzt Klaus Vogt oder Christian Riedmüller gute Präsidenten sein werden, man kann halt aber bislang nur sagen, sie scheinen gute Kandidaten dafür zu sein und sie bringen irgendwie viel mit, dass es irgendwie besser wird, als es in vergangenen Jahren war, ob es dann wirklich gut wird, da müssen sie halt viel für tun und da muss natürlich auch der sportliche Erfolg passen, sie müssen ein bisschen Glück haben, das ist halt auch wie dann bei einem Trainer einfach, das kann man halt nicht schlecht voraussehen, aber ich glaube, dass wir zwei gute Kandidaten haben, die wir wählen können. Absolut und das unterstreicht auch nochmal die letzte Aussage, die ich hier kurz unterbringen möchte und die kommt von Christian Riedmüller und eigentlich wurde er ja da gefragt, wie er zum Thema Trikots steht, also der Klaus Vogt hat glaube ich dann davon erzählt, dass er über 50 Trikots bereits gesammelt hat und ja, das ist sein erstes Trikot, jetzt habe ich vergessen von wem das war, aber es ist halt ein sehr altes Trikot und so weiter und so fort, aber was der Herr Riedmüller dann hier sagt, finde ich schon sehr interessant und auch sehr richtig und zwar meint er, die Vereine reizen diesen Marketingbereich schon sehr aus, mit Heimtrikot, Auswärtstrikot, Ausweichtrikot, Sondertrikot und so weiter. Wir müssen dabei aufpassen, dass wir die Spirale nicht überdrehen. Für mich gibt es andere Bereiche, in denen wir schlecht wirtschaften, da sollten wir den Hebel ansetzen. Ich denke an Abfindungen für Trainer, Beraterhonorare, Verkauf von VfB-Eigengewächse weit unter Wert. Man darf dem Fan nicht das Gefühl geben, dass man vor allem ihn melkt und in anderen Bereichen fahrlässig wirtschaftet. Und ganz ehrlich, wenn er so einen Satz oder wenn er so eine Aussage auf einer Mitgliederversammlung treffen würde, würde ich einfach nur aufstehen und applaudieren. Absolut, ja. Das ist auch ein Thema, das geht einem tierisch auf den Sack, diese Marketingüberfrachtung und genau was er sagt, dann siehst du halt auf der anderen Seite, wie fahrlässig mit Einnahmen umgegangen wird, gerade das Thema Abfindungen für Trainer und so weiter und so fort. Also das ist halt fast schon absurd, ja. Und ich weiß nicht, inwiefern er da überhaupt einwirken kann als Präsident. Das ist ja immer so eine Sache, das ist ja eigentlich dann ein AG-Thema und nicht so sehr ein Vereinsthema, aber er wird mit Sicherheit da ein Stück weit natürlich darauf einwirken können und es wäre auch schön, wenn er das täte. Also da bin ich mal gespannt, ob es in diese Richtung dann auch Spürbares gibt von Herrn Riedmüller oder von Herrn Vogt, weil ich glaube, da sind sich auch beide im Großen und Ganzen einig oder ähnlich, so ist es richtig. Genau und auch wenn sie halt Sachen nicht irgendwie sofort ändern können, wären so eine mahnende Stimme im Hintergrund, die immer mal wieder so den Finger in die Wunde legt und einfach sagt, hey, das finde ich nicht gut und ich glaube, die Fans finden es nicht gut, ja, die wäre halt wahnsinnig wichtig. Also auch wenn sich dann im Endeffekt vielleicht nicht viel ändert, aber einfach zu wissen, hey, an der Spitze des Vereins ist jemand, der denkt halt doch eher wie wir als so wie die Marketing oder Merchandising-Abteilung, das wird natürlich auch viel zur Bindung zwischen oder von Fans zum Verein tun, gar keine Frage. Abschließend zum Thema Präsidentschaftskandidaten noch der Fakt, dass inzwischen beide Kandidaten auf Twitter unterwegs sind und Sebastian, du hast heute die Frage gestellt, ist das sinnvoll oder ist das eher gezwungen? Ich gehe mal davon aus, du hast dir da schon Gedanken zugemacht, die du mit uns erinnerst. Ehrlicherweise nicht, also ich finde es erstmal gut, dass die beiden natürlich dann auch Twitter als Medium besetzen und vor allen Dingen das nicht nur als, ich nenne es jetzt mal zynisch, Propagandakanal nutzen, um nur Sachen rauszauern, sondern auch über diesen Kanal kommunizieren, aber trotzdem fühlt es sich irgendwie so ein bisschen weird an, also Thomas Hitzesberger ist schon ewig auf Twitter, hat seinen Twitter-Kanal auch nie aufgegeben, als er dann für einen VfB tätig war und auch jetzt als Vorstandsvorsitzender nutzt er ihn halt weiterhin aktiv und kommuniziert halt auch wirklich mit Fans, also die sonst irgendwie nie an ihn rankommen würden, kann man über Twitter mit ihm dann direkt kommunizieren, was großartig ist und die beiden Präsidentschaftskandidaten sind jetzt halt mit Bekanntgabe ihrer Kandidatur quasi auf Twitter aufgeschlagen und kommunizieren auch, aber halt auch erst seitdem und das fühlt sich halt irgendwie schon so ein bisschen komisch an für mich. Was ich halt cool finde, ist, dass der letzte Präsident über die Jungs auf Twitter gelacht hat und natürlich auch die Mädchen und der oder beide Kandidaten jetzt Twitter als Plattform nutzen möchten und sich da präsentieren möchten und vor allem auch auf andere Twitter-User eingehen. Also es ist ja das eine, wenn ich da irgendwie nur ein Jubelbild poste und sage, hey, toller Sieg gegen den KSC und fertig und es ist das andere, wenn ich da wirklich mit meinen ja, ich sag mal Mitgliedern, Fans und so kommuniziere und das versuchen ja beide schon ein Stück weit. Ich finde, der Herr Riedmüter war da zu Beginn sehr aktiv. Mal gucken, ob er das auch durchzieht. Beim Herrn Vogt weiß ich es gar nicht, ob der regelmäßig auf Tweets antwortet. Ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, aber ich habe gesehen, dass er es schon antwortet, aber ich glaube, es ist natürlich nicht so häufig, wie vielleicht Thomas Hitzesberger das macht oder so, der ja dann schon sehr, sehr aktiv ist auf Twitter. Aber im Prinzip finde ich es einfach gut, dass sich beide da präsentieren und fannah zeigen. Das ist ja mal der richtige Schritt, würde ich sagen. Also ich begrüße das eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin gespannt, ob beide das so durchziehen. Ist natürlich auch ein Medium, was so eine gewisse Übung benötigt, dass du halt auch weißt, wie du dich da souverän bewegst oder bewegen kannst und die zwei haben natürlich jetzt relativ wenig Zeit, um sich diese Expertise anzueignen. Also entweder sie haben Menschen, die sich da halt so ein bisschen beraten oder sie machen es halt wirklich so nach der Trial-Error-Methode und wir gucken mal, was dabei rauskommt jetzt in den nächsten vier Wochen oder wie viel sind es noch? Ja, ungefähr. 13 oder 12. Ja, knapp die Woche bis zur Wahl. Ja. Also, dann gucken wir noch ganz kurz auf die U21. Das sollte man hier nicht außer Acht lassen. Die U21 hatte nämlich keine Länderspielpause. Die mussten durchspielen und es war auch gar nicht so schlecht, denn die konnten mit 15 Uhr gegen den Aufsteiger SF Dorfmarkingen gewinnen. Das ist, glaube ich, irgendwo bei Aalen, hinter Aalen irgendwo. Ja, die sind aufgestiegen. So klingt es jedenfalls. Und der VfB konnte, wie gesagt, 5 zu 0 gewinnen. Es gab fünf unterschiedliche Torschützen, da freue ich mich immer besonders, wenn viele verschiedene Spieler treffen. Zum einen in der 26. Minute Söckler, Tomic hat wieder getroffen, der war, glaube ich, verletzt, ist dann direkt wieder zurückgekommen und hat sich mit einem Tor wieder gut eingeführt. Diego Klimowitz, nee, Mensch, schon wieder. Also, ich habe es immer noch mit Diego Klimowitz, weil das ist für mich halt noch so ein, ja, so ein Idol, ist so viel gesagt. Ja, die Fußstapfen für Matteo sind halt wahnsinnig groß, also gar keine Frage. Ich muss bei dem Namen Klimowitz immer noch automatisch an Diego denken, jedes Mal. Ich muss mich echt zwingen dazu, dann Matteo zu sagen, aber irgendwann werde ich es auch noch schaffen. Er ist halb so groß wie sein Vater mittlerweile, also das dauert noch ein bisschen, bis er da ist. Dauert noch, ja, aber er hat ein Tor geschossen in der Oberliga, das konnte, glaube ich, der Diego Klimowitz nie für sich verbuchen. Stimmt. Gut, dann Joel Richter hat noch getroffen und Marc Stein und so war es dann halt eben, dass man 5 zu 0 gewinnen konnte. Auch interessant, in den letzten 8 Heimspielen hat der VfB 32 Tore erzielt zu Hause und 8 kassiert. Also das ist schon stattlich, 32 erzielte Tore und 8 Spiele. Michael Gentner sagte, das war eine engagierte Leistung, wir haben defensiv sehr stabil und nach vorne kreativ gearbeitet. Das war die gewünschte Reaktion auf die desolate Leistung im Derby bei den Kickers. Ja, jetzt auch mal, dass das auch so bleibt. Der VfB 2 ist aktuell auf Platz 2 hinter Göppingen, die haben 29 Punkte, der VfB hat 28 Punkte, die Kickers auf Platz 3 ebenfalls mit 28 Punkten, natürlich mit dem schlechteren Torverhältnis, wobei die momentan auch relativ hohe Siege verbuchen. Konnten am Wochenende auch, glaube ich, schon wieder einige Tore erzielen. Ich wollte jetzt sagen 5-1, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das stimmt. Beziehungsweise 1 zu 5, aber irgendwie so um den Dreh rum muss es gewesen sein. Kommenden Samstag geht es um 14 Uhr für den VfB dann in Freiberg gegen Söklers Ex-Klub. Das wird für ihn mit Sicherheit auch ein ganz besonderes Spiel werden. Freiberg ist aktuell auf Platz 12 mit 21 Punkten. Also ich hoffe einfach mal, dass der VfB auswärts hier drei Punkte einfahren kann und ja, vielleicht gelingt es ja noch, an den Göppingern vorbeizuziehen, sodass man in der Winterpause auf Platz 1 steht, das wäre natürlich ganz, ganz großartig und auch überraschend nach einer, ich würde sagen, holprigen Anfangsphase in der Oberliga. Es ist schon verwunderlich, dass man mit so vielen Ausrutschern trotzdem noch so nah am Platz 1 hängt. Also diese Oberliga ist ist etwas ganz Besonderes, um es mal so auszudrücken. Gut, heute gibt es keine Mailbox. Ich habe auch nicht aufgerufen, dass ihr anrufen sollt, aber ihr könnt euch schon mal die Nummer notieren, wenn es dann am Sonntag beim Derby richtig zur Sache geht. 0711 für Stuttgart 25-28-16-04. Das ist die Telefonnummer. Nochmal 0711 für Stuttgart 25-28-16-04. Ruft dann bitte zahlreich an, erzählt uns von den Besonderheiten rund ums Derby. Erzählt uns gerne natürlich dann auch nach dem Derby, wie ihr das Spiel so fandet oder alles, was euch halt umtreibt und was ihr besprechenswert findet, könnt ihr auf unserer Mailbox abladen. Also da bin ich gespannt, ob da vielleicht der ein oder andere KSC-Fan durchruft und erklärt, wie er das jetzt gemacht hat mit seiner Campingtasche, die er mit dabei hat oder was. Bauchtasche, ja. Genau. Und jetzt sehe ich gerade, Mensch, jetzt habe ich hier noch ein Thema völlig überlesen und zwar unser ehemaliger Erfolgscoach, möchte ich fast schon sagen, Hannes Wolf, das hätte ich fast hier außen vor gelassen, Sebastian. Ich habe sie noch reingeschummelt. Ja, ja, ja. Als Trainer in Genk gehandelt, beim Champions League ist ein Genk. Was sagt man denn dazu? Ich finde es super. Hannes Wolf in der Champions League. Also ich glaube, es ist nach wie vor nicht bestätigt. Also der HSV hat Wolf wohl heute die Freigabe erteilt, spart damit auch irgendwie ein paar hunderttausend Euro, weil er da noch natürlich auf der Payroll stand wie irgendwie immer ja irgendwie drei, vier Trainer, also ähnlich wie in Stuttgart. Aber es ist halt nach wie vor noch nicht hundertprozentig bestätigt. Aber so wie es aussieht, ja, wechselt Hannes Wolf nach Belgien zum Champions League Teilnehmer RC Genk, die ja letzte Saison halt wie gesagt ganz weit vorne waren und jetzt irgendwie nur Mittelfeld stehen, ihren Trainer rausgeworfen haben und jetzt denken, dass Hannes Wolf sie wieder nach oben bringt. Also ich finde es total cool. Also dann doch ein bisschen VfB in der Champions League. Ja, so ein bisschen, ja. Gut, also die Viererkette haben wir angesprochen. Tickets gibt es wie gesagt aktuell leider keine mehr, aber wir halten euch natürlich da auf dem laufenden Versuch, Möglichkeiten zu schaffen, dass ihr trotzdem irgendwie teilhaben könnt an der Viererkette. Es gibt inzwischen auch auf VfB Viererkette, das ist der Twitter-Account, die Möglichkeit, uns Fragen zu schicken für die Präsidentschaftskandidaten Ried, Müller und Vogt. Also wenn ihr ganz explizit eine Frage habt, dann schickt die doch gerne an die VfB Viererkette. Ich glaube, der Hashtag wurde heute festgelegt. Frag 4K ist, glaube ich, der offizielle Hashtag für Fragen, oder? Sehr schön. Ja, ich glaube auch. Sehr gut. Ich bin ja seit heute nicht mehr auf Twitter. Ich lege ja eine kleine Frage. Genau, dein Sabbatical, ja. Ja, aber nur bis Sonntag 15.15 Uhr, ja, weil dann möchte ich natürlich den Sieg feiern gegen den KSC, nee, ist klar. Gerade auf Twitter macht das bestimmt besonders Spaß. Also, 15.15 Uhr bist du ja dann im Stadion, hast du eh kein Netz, also dann bist du ja erst ab 16 Uhr wieder auf Twitter. Genau, erst wenn es dann weggeht vom Stadion und so weiter, man weg ist von keinem Stadt, umso besser ist das Netz. Es ist mittlerweile, glaube ich, so verbrieft. Gut, letzter Hinweis in der Sendung, natürlich wieder in Richtung Dennis. Wir hoffen, dass ihr Dennis irgendwie uns stützen könnt und wenn es nur mitten im Euro ist, es gibt weiterhin die Artikel bei uns auf der Seite vfbstr.de beziehungsweise in den Shownotes, klickt euch da mal durch für alle, die das noch nicht getan haben und wie gesagt, wenn ihr einen Euro übrig habt oder mehr, dann klickt auf die GoFundMe Kampagne, die Dennis Freundin ins Leben gerufen hat und unterstützt den guten Mann. Wir nähern uns mit kleinen Schritten, aber wir nähern uns den 110.000 Euro und drücken die Daumen, dass wir das irgendwie zusammen hinbekommen. Also vieles ist nun wirklich nicht mehr. Genau und wenn ihr am 28.11. zu den Glücklichen gehört, die eine Karte ergattet haben für die Viererkette, dort wird ein Spendenkessler stehen für Dennis und ja, also nehmt nicht nur ein bisschen Kleingeld mit für ein Getränk, sondern vielleicht auch noch irgendwie den einen oder anderen Schein und dann könnt ihr da was reinwerfen, weil wie gesagt, die Veranstaltung ist komplett kostenlos für euch, aber es steht eine Spendenbox da und es wäre toll, wenn da am Ende des Abends dann ein möglichst hoher Betrag drin liegt. Und dass diese Veranstaltung komplett kostenlos ist, liegt auch am Fanprojekt. Also da auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an das Fanprojekt, das man glaube ich auch mit Spenden unterstützen kann. Die machen das auch zum Großteil möglich, dass wir dieses Event einfach mal so kostenlos stemmen können, denn wir werden vom VfB da nicht irgendwie unterstützt oder so, das ist komplett eigenständig und also wirklich großen, großen Dank für diese Unterstützung und wir werden, also ich sage jetzt mal, ich spreche jetzt nur für mich, werde mich da auch nochmal erkenntlich zeigen und dem Verein so ein bisschen unter die Arme greifen, sofern man das dann eben kann und ja, vielleicht der eine oder andere, der dann am Jahresende noch was spenden möchte, das ist auch eine Möglichkeit, ja, einfach dann gute Projekte zu unterstützen. Also vielen Dank an dieser Stelle. Und noch ein Hinweis, natürlich Vertikalbuch, schön kaufen, die VfB Stuttgart Fußballfibel, denn auch damit könnt ihr den Dennis unterstützen, wenn ihr direkt über vertikalpass.de das Buch bestellt. Sebastian, das ist richtig. Genau, also wenn ihr es direkt bei uns bestellt, wir haben auch eine URL geschaltet, die heißt vertikalbuch.de und da steht eigentlich alles drauf, wie ihr es direkt bei uns bestellen könnt, dann spenden wir unseren Autorenrabatt, den wir vom Verlag bekommen, dann auch an Dennis und wenn ihr es aber irgendwie schnell möchtet, dann könnt ihr natürlich auch bei Amazon, Thalia, Osiander bestellen und bei Osiander, das muss ich jetzt aus Transparenzgründen natürlich sagen, ist es mittlerweile auch relativ gut verfügbar, ich weiß jetzt nicht, ob es daran gelegen hat, dass ich dem Christian Riedmüller beim Dunkelroten Tisch besonders herzlich die Hand geschüttelt habe, aber ihr kriegt es mittlerweile auch in fast allen Osiander-Filialen im Stuttgarter Umkreis. Ich hoffe, demnächst gibt es dann auch den Podcast zum Nachlesen, mal gucken, ob es hier ist. Wir sind noch in Verhandlungen mit dem Verlag, weil wir haben natürlich keine Rechte dran, aber wir haben es schon uns für die dunklen Wintermonate eigentlich vorgenommen, das Buch auch mal einzulesen, aber wir müssen die Rechte noch klären. Das kriegen wir bestimmt noch hin. Solange das noch nicht der Fall ist, könnt ihr natürlich auch einfach auf addvertikalpass auf Twitter gehen und da die lustigen Tweets der Jungs durchlesen und natürlich auf vertikalpass.de die interessanten Blog-Beiträge mit Sicherheit jetzt dann auch zum KSC-Spiel mit verfolgen. Gibt es eigentlich noch mal einen Sonderartikel vor dem Spiel? Ja, ich glaube, wir machen noch was. Die Woche ist ja noch lang und also so ein Derby ohne Text vorher, das geht ja eigentlich gar nicht. Also nee, ich glaube, wir machen diese Woche noch was. Da freue ich mich schon drauf. Und addbutze ist dein Twitter-Account, B-U-Z-Z-E. Ich buchstabiere es lieber mal, nicht, dass irgendwie wieder jemand nur einfach Buße oder so reinschreibt. Wir haben ja schon inzwischen alles gelesen. Also es ist nicht so schwer. Also addbutze auf Twitter. Diesen Podcast findet ihr unter addvfbstr auf Twitter oder unter addvf3str auf Facebook oder auf Instagram unter addvfbstr. Sebastian, dann sind wir heute durch. Es ist deutlich länger geworden, als ich eigentlich dachte. Aber haben wir es jetzt ohne Ausfälle, Knackser und sonst nichts? Sag nichts, sag nichts, du jinxst das für die Zukunft. Ja gut, wenn ich jetzt mit so hören bin, ist das auch egal. Also du hattest bei mir in den letzten fünf bis zehn Minuten hin und wieder so Knackser, aber die höre ja nur ich. Insofern ist das völlig egal. Aber ansonsten wird das ja sensationell. Also dass ich mich da in die Tiefen der Benutzeroberfläche meiner Fritzbox reingehackt habe mit Priorisierung und so weiter. Das hat es, glaube ich, vollgebracht. Die einzigen Ausfälle, die es heute gab, waren kognitiv bei mir. Das lag daran, dass ich jetzt irgendwie so einen Zungenschlag hatte heute. Also was aber, glaube ich, nichts mit der Weinflasche zu tun hat, die ich mir in der Sendung nicht komplett reingepfiffen habe. Aber ja, zwischendurch. Du sagst, kein badischer Wein, weil geht das? Nein, es ist natürlich kein badischer Wein, der von der Sonne verwöhnt wurde, sondern es ist württembergischer Wein, direkt hier vom Bad Cannstatter Weinberg. So, dann sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit einem Derby-Sieg der Legenden Wirtschaftsfest. Bis dann. Ciao. Tschüss, macht gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.